Es ist Montag, 18 Uhr, eine neue Niederlage, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Dieser Verein raubt mir den letzten Nerv. Wir werden wohl heute weniger über das Spiel gegen Gladbach sprechen, als um alles drumherum. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Auf geht's! Herr Maggert, Hertha BSC hat Felix Maggert verpflichtet. Wie kommentieren Sie so eine Verpflichtung schön für die Bundesliga? Ja klar, ist ja schön. Wen haben Sie verpflichtet? Felix Maggert. Wen, wen? Ne, ich hab den Namen nicht verstanden. Felix Maggert, der mit den Medizinbällen. Ich dachte, die suchen rechten Verteidiger. So kann man sich täuschen. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin an dieser Stelle, wie immer, euer Moderator dieser blau-weißen Fußball-Sendung. Und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und ich freue mich auch heute an meiner virtuellen Seite begrüßen zu dürfen. Marc Schwitzki. Schönen guten Abend. Grüße, Grüße. Ja, ein rechten Verteidiger sucht Hertha eventuell auch. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Aber hat Felix Maggert schon vollkommen richtig erkannt, da hatte man auch Bedarf. Aber jetzt ist es erstmal der nächste Trainer. Man verpflichtet mehr Trainer als Rechtsverteidiger. Das ist ja auch irgendwie interessant. Wir müssen mal irgendwie rauskriegen, wie viel der Trainer in unserer Amtszeit schon ist eigentlich. Wir haben in unserer Amtszeit, seitdem es den Podcast gibt, naja, wir haben mit Pal Dardai begonnen. Wenn man ganz genau ist, die allererste Folge des Hertha-Base-Podcasts, die wurde ja noch ohne dich aufgenommen, die ersten drei Folgen oder so. Und damals war die erste Folge quasi, wie man mit Pal Dardai in seiner allerersten Amtszeit in knapp 90 Tagen den Abstieg verhindert hat. Also, ja, es ist tatsächlich, auch da ist Pal Dardai die Konstante. Wahnsinn. Ist auch schon ein bisschen, ja. So, aber wir sind heute auch nicht alleine. Und zwar haben wir es dieses Mal hinbekommen, technisch. Ihr kennt ihn alle, zumindest kennt ihr seine Stimme von einem einen Spieler. Ich freue mich sehr, dass mal wieder Mr. Auf eine bessere Zukunft am Start ist. Puma, schönen guten Abend. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, dass du wieder mitmachst. Hi, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Ich glaube, das war, ja, wieder so eine richtig schöne Chaos-Woche, die wir zu besprechen haben. Wie bei meiner ersten Folge schon. Also, ja, da kommen wir doch drauf. Eigentlich ist das doch komplett normal, was gerade passiert. Also, man kann sagen, also für Hertha-Fans ist das doch normal. Bitter, so bitter das ist, ja, stimmt schon. Ja, aber vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und schön, dass es heute klappt. Ja, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet, wie bauen wir das jetzt am besten auf. Also, euch interessiert natürlich, was sagen wir zu Felix Magath und so weiter. Aber es ist natürlich auch so viel passiert und irgendwie ist auch alles so miteinander verwoben, dass wir uns jetzt doch dazu entschieden haben, alles chronologisch von Beginn der letzten Woche bis jetzt zum Ende nochmal durchzugehen und mit euch dann nochmal so ein bisschen durchzureisen und unsere Meinung dazu abzugeben. Aber, wie wir das immer machen, bedanken wir uns vorher mal bei der Community, beziehungsweise beantworten so ein bisschen eure Fragen, die ihr noch hattet oder gehen so ein bisschen auf das ein, was ihr uns geschrieben habt. Zum einen hat uns, beziehungsweise, nee, einmal wollte ich mich bei Tim bedanken. Tim ist nämlich ein sehr aktives Mitglied im Discord, sehr, sehr vorbildlich. Vielen Dank für all deine Posts, für all deine Meinungen dort. Supergeil und an alle anderen da draußen, die noch nicht im Discord sind, ihr könnt da gerne hinkommen. Eine wunderbare Sache, ist so ähnlich, also für Leute, die vielleicht nicht so internetaffin sind, ist so eine Art Forum. Das ist so ein Tool, da kann man diskutieren mit Leuten über Hertha. Schaut euch an, verlinke ich euch im Post. So, dann hat Maximilian nämlich im Discord gefragt, Was passiert denn, wenn Windhorst in der zweiten Liga abspringt? Oder könnten wir uns das vorstellen, dass er abspringt? Ich glaube, dass, ja, vielleicht auch noch viele das noch nicht so richtig begriffen haben, wie das funktioniert. Vielleicht auch Windhorst selber nicht. Aber, ähm, Windhorst kann ja nicht abspringen. Also, äh, also... Kann er schon, aber hat er halt nichts von. Richtig. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich bin auch, oh, oh mein Gott, ich bin auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise da Experte. Ich weiß, dass das super kompliziert ist und dass man da irgendwie mit Fachbegriffen zugeschüttet wird. Und dass man dann irgendwie, äh, manchmal nicht Bescheid weiß, alles gut, sollte jetzt gar nicht irgendwie besserwisserisch oder arrogant rüberkommen. Äh, sorry for that. Sondern es ist so, der Mann hat ja einfach Anteile von Hertha BSC gekauft und die sind weg. Also, die sind jetzt bei ihm sozusagen, aber wir haben das Geld. Und da kann er nicht einfach abspringen. Also, er kann jetzt nicht einfach sagen, Hertha BSC, bitte gebt mir mein Geld zurück und hier sind eure Anteile wieder. Sondern wenn er, äh, da raus möchte, dann kann er diese Anteile gerne weiterverkaufen oder wiederverkaufen. Ähm, dann hätte er jetzt wahrscheinlich den maximalen Verlust. Also, es wird ihm nichts bringen. Und, äh, es ist auch so, dass Hertha da auch ein Mitbestimmungsrecht hat, was mit diesen Anteilen passiert. Also, er kann die auch nicht an irgendwen veräußern. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Vertragslage ist, aber es kann sogar sein, dass Hertha da sozusagen auch ein, äh, Rückkaufsrecht hat. Also, ein Vorkaufsrecht, sodass, ähm, Hertha immer sagen kann, nee, du verkaufst die erstmal an uns zurück. Äh, bevor die. War das bei KKR nicht auch so? Genau. Da war es auch so. Ja. Da haben sie es ja dann gemacht und dann haben sie sie wieder an ihn veräußert. So. Also, nur das dazu. Dann haben wir zwei super nette iTunes-Rezensionen bekommen von SISO44 und Hobbystratege mit 5 Sternen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und alle, an alle, die es noch nicht gemacht haben. Ihr könnt ja mal bei iTunes vorbeisurfen und uns da mal eine Rezension hinterlassen. Vorbeisurfen. Ja, richtig, richtig Boomer-wesig. Boomer hier am Start. Wir reden immer vorbeisurfen in diesem Internet, in diesem Neuland-Ding da. Genau. Boomer, Lukas ist hier am Start. Ähm, egal, genau. Also, vielen, vielen Dank dafür. So, dann haben wir noch ein paar Mails bekommen und zwar habe ich Felix vergessen in der letzten Sendung. Ja, dafür auch großes Sorry. Jetzt ist er auf dem Trainerstuhl. Genau. Felix hat uns geschrieben, Felix hat uns geschrieben, schon letzte Woche, wie wir denn Jürgen Röber als Option für den Hertha-Trainerstuhl sehen. Und da hatte ich ihm noch so geantwortet, scheiße, ich habe dich vergessen und so. Aber ja, puh, Jürgen Röber, ziemlich lange raus, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, und jetzt schreibt er, hat er letztens auch geschrieben, naja, so weit war ich ja nicht weg davon. Also, ähm, ja, damit hätte er, glaube ich, auch keiner gerechnet. Ähm, und, ähm, O-Spiel, äh, O-Spiel, äh, O-Spiel, äh, okay, nochmal von vorne und ganz in Ruhe. O-J, ähm, hat uns auch geschrieben, dass er das Live-Spieler-Update ziemlich, ziemlich cool fand. Und er fragt, ähm, ob wir es als Möglichkeit sehen, dass man Spieler aus der Ukraine oder Russland jetzt verpflichtet, weil ich glaube, die sind jetzt vertragslos und kann man da zuschlagen, wisst ihr da mehr? Ja, hat er zu, also, sie sind in dem Sinne nicht vertragslos, die Verträge sind nur ausgesetzt und es kann sich da, so wie ich das verstanden habe, vorläufig um Laien handeln, weil diese Verträge eben ausgesetzt sind, nicht aufgelöst. So, ähm, aber es wurde halt ein extra Fenster aufgemacht, eine extra, ähm, ich sag mal, Möglichkeit geschaffen von der FIFPro, dass Spieler halt das Land jetzt verlassen können. Ähm, ich glaube, da handelt es sich aber vor allen Dingen auch um ausländische Spieler. So, ähm, also, das ist das eine. Das andere ist, dass Freddy Bobic heute auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, ob es denn noch diese Option, ob man diese Option wahrnehmen würde. Er hat aber vollkommen richtig angefügt, dass das eine ist, dass dieses Fenster geschaffen wird, das andere ist, dass es in den jeweiligen Ligen auch nochmal ratifiziert werden muss. Das heißt, die DFL müsste auch nochmal sich diesem Fenster öffnen. So, wenn die das nicht tut, dann können deutsche Vereine dementsprechend auch keine Spieler verpflichten. Und er geht sehr, sehr stark davon aus, dass die DFL das nicht tun wird. Dementsprechend braucht man sich darüber gar keine Gedanken machen. Es klang aber für mich schon so, als ob im Hintergrund man sich schon trotzdem mal umgesehen hätte. So, nach dem Motto, wenn es denn möglich ist, dann wollen wir schon trotzdem mal geguckt haben. Ähm, aber dadurch, dass die DFL das wohl nicht ratifizieren wird, ist das Ding auch gegessen. Alles klar. Gut, dann regt Flo an, dass wir uns ja mal mit der Zweitliga-Fähigkeit des Kalas auseinandersetzen wollen. Also, ich denke auch, dass man das machen sollte. Dazu kommen wir später noch. Allerdings machen wir das, glaube ich, an anderer Stelle, weil es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und in dieser Folge sind ja auch viele andere Themen zu besprechen. Ich glaube, das dauert dann auch ein bisschen. Aber es ist eine sehr, sehr gute Idee, beziehungsweise Anregung. Und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Sollten wir jetzt nicht die nächsten drei Spieltage irgendwie gewinnen oder so. Aber ja, vielen Dank für die Anregung da. Und Marc hat uns auch noch geschrieben. Er würde gerne wissen, wie wir damals die letzten Abstiege erlebt haben. Puma, vielleicht mal ganz kurz, wie hast du damals die Abstiege wahrgenommen? Also, ich kann mich eigentlich nur noch richtig gut an den in der Relegation erinnern. Ja, also ich glaube, das ist so der Abstieg, der den meisten noch besonders im Gedächtnis bleibt. Und wir kommen da später noch zu, aber ich erkenne da leider sehr viele Parallelen zur aktuellen Situation. Und auch was den jetzigen Trainer angeht. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Ansonsten, ja, war das unglaubliche Fassungslosigkeit, glaube ich, da. Mit dieser extrem langen Spielunterbrechung und dem geklauten Elfmeterpunkt und dieses ganze Chaos da drumherum. Stimmt, der geklaute Elfmeterpunkt. Ja, aber irgendwie war das damals alles nicht ganz so dramatisch wie jetzt gerade. Naja, es gab Platzsturm gegen Nürnberg. Also das Spiel an sich war dramatisch, aber die Situation insgesamt war jetzt nicht so schlimm irgendwie. Also, weil ich mich auch an sehr gute Zweitliga-Zeiten dann erinnere, die mir persönlich sehr viel Spaß einfach gemacht haben, weil man eben viel im Stadion war. Ja, und absolut, absolut. Ja, dazu werden wir auch noch kommen. Also, ich muss nämlich auch sagen, dass, also ich mache das ja, oder ich verfolge dieses Hobbyfußball aus, vor allem aus Gründen des Spaßes. Also, ich habe da gerne Freude dran. Jetzt ist das gerade relativ schwierig. Ich wollte gerade sagen, falscher Verein, Lukas. Ja, genau, deswegen. Naja, wie gesagt, reden wir später noch ein bisschen drüber. Aber ja, diese Relegation damals gegen Düsseldorf war, glaube ich, so der absolute Tiefpunkt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich das in irgendeiner WG in Nürnberg beim Studienkollegen gesehen habe. Und die hatten auch vorbereitet, richtig mit Bima und allem Pipapo. Und ja, war schwierig. Wobei ich jetzt gerade, jetzt gerade kommen wir auf so Gedanken an den ersten Abstieg sozusagen. Weil das ja die Saison war, nach der wir fast Champions League gespielt hätten. Ja, genau. Stimmt, und das war so ganz, ganz... Völlig surreal. Das war vorgegangen am Ende, ne? Ja, ja. Das war Funkel und das war ja auch irgendwie sechs Punkte nach der Hinrunde, glaube ich. Es war diese legendäre Pressekonferenz von Lucia Favre, die ja selbst da in diesem Hotel, glaube ich, organisiert hat, mehr oder weniger. Und das Präsidium angegriffen hat. Ich glaube, eventuell, es heißt ja, dass man sich mit Favre beschäftigt haben soll, jetzt auch im Zuge der Magath-Verpflichtung. Eventuell kann es auch daran gescheitert sein, stelle ich mal in den Raum. Da gab es ja auch ganz wilde Szenen damals. Und ja, also genau, das war völlig surreal, weil man vorher so eine erfolgreiche Saison hatte und dann völlig unter die kalte Dusche geraten ist. Ja. Weil die Säulen so weggebrochen sind, ne? Ja, ja. Also man konnte einen Voronin nicht halten, Simonic ist gegangen, Pantadic sowieso. Und man hatte gar kein Geld durch die Höneßjahre, weil man ja so tief verschuldet, dass man auch für diese Spieler keinerlei Ersatz holen konnte. Und es ist dieses mannschaftliche Gerüst. Bis auf Arno Friedrich gefühlt ist alles weggebrochen, was es gab. Der dann auch das Jahr danach dann gegangen ist. Und ja, war der freieste Fall, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Ja. Wir bleiben in der Stimmung. Genau, ganz schlimm. Also die Erinnerungen sind nicht so schön. Und dann gab es noch eine Mail, jetzt relativ kurzfristig. Das ist auch die letzte und zwar von Sebastian. Und zwar, ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Thema hören. Wir stehen jetzt kurz vor dem Abstieg und es kommt ein neuer Trainer und die Spieler haben am Montag frei. Ich dachte, sie sind sich der prekären Situation bewusst und würden alles daran setzen, den Klassenerhalt zu packen. Wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Müsste dann nicht der Kapitän oder wer auch immer die Mannschaft zusammenrufen und dann Bobic kontaktieren und ihn darum bitten, zumindest für einen kleinen Kick und eine erste Kontaktaufnahme mit dem Trainer zum Training zu kommen? Muss ja von mir aus kein kräftezehrendes Ausdauertraining sein, wenn noch Regeneration zwei Tage nach dem Spiel anstehen muss. Aber da muss doch mehr möglich sein. Wie seht ihr das? Also ich kann mal einen kleinen Vorgriff machen auf ein Thema, was ich später noch ansprechen werde. Also ich finde auch, ich sehe das ganz genau so, dass ich glaube, dass das jetzt angebracht gewesen wäre. Punkt. Ja, aber Felix Magath selbst hat sich ja auch etwas, ich würde sagen, irritiert geäußert auf der Pressekonferenz. Er wurde nämlich darauf angesprochen, ob er nicht die Mannschaft heute schon gerne persönlich kennengelernt hätte. Und er auch sagte, er wollte da jetzt keine Abläufe stören, die schon bestehen. Aber natürlich hätte er sich das gewünscht, den Spielern das auch mehr oder weniger persönlich mitzuteilen. Zumal auch dazu kommen wir ja noch, die Spieler auch nur aus den Medien erfahren haben, wer ihr neuer Trainer wird. Auch alles sehr unglücklich, wie ich finde. Genau. Und dann sollte man eigentlich jeden Tag nutzen, besonders wenn der Trainer sich am selben Tag den Medien vorstellt. Wäre es eigentlich cool, wenn man vorher mal mit der Mannschaft gesprochen hätte. Es passt ins sehr unglückliche und chaotische Bild dieses Vereins, sagen wir mal so. Ja. Wie siehst du das, Puma? Du denkst, du bist schon Montag frei, ey Leute. Das war schon immer so. Das war heute auch so. Das war immer so. Ja, war bei mir auch nicht anders. Nee, Quatsch. Also, ja, gerade diese Pressekonferenz, das wirkte alles sehr irritiert und keiner wusste so richtig. Ich glaube, Bobic meinte auch, ja, ich habe die jetzt nicht angerufen. Ja, guckt doch immer auf euer Handy. Fand ich das sehr komische Aussage. Genau. Aber es geht ja nicht anders. Ja, genau. Wirkt dann auch schon wieder so, als ob Bobic mit der halben Mannschaft schon durch ist irgendwie. Die er übrigens zusammengestellt hat. Ja, aber im Endeffekt gibt es gerade so andere Sachen, die mich mehr stören. Und von daher war das jetzt so, ja. Ja, okay, aber. Man muss, äh, seine Wut muss man portionieren. Genau. Aber, also Sebastian, wir können dich da gut verstehen. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon viel vorgegeben. Ich habe noch was. Oh, du hast noch was. Ja, gerne. Sollte es nämlich, ähm, das hat sich Tim Buchholz gewünscht, ja auch, äh, sehr aktiv, hat sich gewünscht, dass du zu der, ähm, Geburtsstadt von Felix Magath, Aschaffenburg, vielleicht ein paar nützliche Fakten raussuchen kannst. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Format, ähm, ja, einhergehe. Also ich habe da, ich habe da schon, ich habe, ich habe da schon, äh, so einen richtig geilen Einspieler im Kopf und so. Das wird geil. Das wird super. Ich, wir machen eine kleine eigene Rubrik, das, aber, ähm, ich kann euch gerne was zu Aschaffenburg, ähm, in Bayern erzählen. Und zwar ist das eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken. Und, ähm, sie liegt auf einer Höhe von 138 Metern. Ähm, ihre Grundfläche beträgt 62,57 Quadratkilometer. Und das aktuelle Wetter eigentlich ganz schön, 11 Grad, Wind aus Südwest mit 6 Kilometern pro Stunde, ja, 59 Prozent Luftfeuchtigkeit ist eigentlich ganz angenehm, ne, 70, gut 70.000, äh, Menschen leben dort. Das ist Stand 2019, also kann sich auch wieder was getan haben, ne, ähm, und die Ortszeit dort ist, äh, 18 Uhr 24. So, also ich glaube, wir, wir machen da eine kleine Rubrik draus, ich werde mich mal um einen Spieler kümmern. Krass, dass es bei denen auch 18 Uhr 24 ist, ne? Ne, also das finde ich auch verrückt. Ach so, ich kann euch noch, ähm, Flug mit einer Dauer von mindestens, ähm, ähm, einer Stunde 10 gibt's jetzt, äh, ab 179 Euro. Ist ne Frechheit. Ne Frechheit, wie günstig das ist. Guck mal, Bahnpreise, da zahlst du das Doppelte, sag ich dir. Zu Recht. So. Gut, also Tim, ich hoffe, ich konnte dir da mit, äh, diese wunderschöne Stadt Aschaffenburg, äh, ein bisschen näher bringen. Es gibt dort auch eine sehr schöne, äh, Burg oder so sehe ich hier. Ach schade. Die Aschaffenburg, die Aschaffenburg ist da. Wahrscheinlich ist das die Aschaffenburg, ihr seid wirkliche Sherlock Holmeses, ey. Ja, ne? Ja. Na gut, okay, also, äh, ja, viel Spaß. Der Verein Viktoria Aschaffenburg spielt übrigens in, äh, der vierten Liga, wenn ich das richtig sehe, Regionalliga Bayern. Ja, aber diese, diese Burg sieht ja der, also, sie ist ja der Hammer. Und ich sehe gerade, dass da Max Grün Torhüter ist. Den kennt man tatsächlich noch. Echt, wie ist das? Aus Wolfsburg, Gladbach, Fürth. Das ist denn auf der Bank oder was? Meistens. Bei Fürth nicht, aber ja. Gut. Also, viel Spaß mit diesen Infos und, äh, wir kommen jetzt zu den Hertha News. So, wir, ich habe ja gesagt, wir fangen chronologisch an. Und zwar, äh, ging es ja auch viel in dieser Woche um den Ärger, äh, Ärger, Ärger um die Hertha-Doku. Ähm, Lars Winthorst, äh, beziehungsweise, äh, die Bild oder, wer hatte, wer hatte geschrieben? Irgendwer hatte geschrieben, ähm, dass Lars Winthorst diese Doku verhindert hätte und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann wieder. Wieder alles ausgeartet in einem großen, ähm, äh, ja, Krieg, nenne ich es jetzt mal einen ganz dicken Anführungszeichen zwischen, äh, Disput, Disput zwischen, ähm, Präsidium und, ähm, ja, Tenor. Wir wollen das aufs nächste Mal schieben, weil wir glauben, dass das da besser hinpasst. Da ist auch jemand bei uns hier in der Sendung zu Gast, der da vielleicht ein bisschen mehr Einblick geben kann. Deswegen lasst uns die wirklich wichtigen Dinge besprechen hier, äh, und, äh, dann gehen wir darauf einfach nochmal ein bisschen genauer ein, wie da das Verhältnis aussieht. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das schieben wir einfach mal um eine Woche. Was wir jetzt besprechen wollen ist, ähm, und zwar, Arne Friedrich hatte ja innerhalb der letzten Sendung, ähm, den Verein vorzeitig verlassen. Ähm, also die Meldung kam ja während unserer letzten Sendung rein. Und wir haben da so ein bisschen, äh, ja, reagiert, sag ich mal. Und jetzt können wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzierter drauf gucken. Ähm, Puma, wie hast du denn, äh, diese Nachricht, ähm, aufgenommen von, vom vorzeitigen Aus bei, von Friedrich? Ja, das war auf jeden Fall wieder so ein Nackenschlag. Irgendwie, wo man aber auch nicht mehr genau wusste, soll man darüber jetzt lachen oder weinen? Weil, ja, es ist total schmerzlich, ne? Ja, also, Arne Friedrich stand in der letzten Saison für diesen Endspurt und, äh, für den Zusammenhalt, den die Mannschaft, ähm, Abstiegskampf gezeigt hat. Und, ähm, gut, man hat jetzt seit Bobic da ist aber von Friedrich auch nicht mehr so viel mitbekommen. Ähm, und dass er jetzt geht, bestärkt ja die Vermutung vieler Fans, dass es intern im Verein einfach nicht funktioniert. Und, ähm, ja, dann hat er ja noch diese... Aussage getroffen, worüber man streiten kann, ob das so nötig ist, aber im Endeffekt sagt er ja, dass seine Stimme kein Gewicht mehr hatte, dass er bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr gehört wurde. Und, ähm, ja, das sagt viel über die Gesamtsituation aus, wenn das so stimmt, ne? Ja. Marc, wie, also du, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen drauf reagiert, äh, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie sich dein Stimmungsbild dahingehend nochmal ein bisschen geändert hat, oder ist es gleich geblieben, oder... Ich muss sagen, großartig verändert hat es sich nicht, weil die Aussage von Friedrich von Anfang an ja stand, wenn die nicht da gewesen wäre, hätte man ja rätseln müssen. So, ne? Aber, dass die Formulierung sogar, ja, so übernommen wurde in der Hertha-Vereins-Pressemeldung, dass Friedrich nicht mehr den sportlichen Einfluss gesehen hat, um seiner Rolle als Sportdirektor gerecht zu werden, spricht ja Bände. Ähm, in Mach hinein kamen ja auch noch Berichte auf, dass, ähm, also er letztendlich ja wirklich abgeklemmt wurde von, äh, Bobic. Das begann sicherlich schon im vergangenen Sommer, als man mit beispielsweise Dirk Dufner einen Kaderplaner eingestellt hat, wo man sich dann fragt, naja, was ist denn jetzt die hauptsächliche Rolle eines Sportdirektors, ne? Also, es wurden ja sehr viele Positionen innerhalb des Vereins geschaffen, die, glaube ich, schon den Kompetenzbereich von Friedrich abgegraben haben und das ist darin gemündet, dass er dann halt für sich wahrscheinlich auch da auch vielleicht deswegen beschlossen hat, dann im Sommer aufzuhören, so weit, so gut. Das soll ja schon im Dezember besprochen worden sein, wie Bobic dann in der Medienrunde erklärt hat. Allerdings ist daraus etwas erfolgt, was ich dann wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man ihn ja wirklich nicht mehr einbezogen hat. Es ist vollkommen klar, dass er nicht mehr die schwerwiegenden Entscheidungen alleine treffen kann oder so, weil er die Zukunft dann nicht mehr mitgestaltet. Das verstehe ich, das ist okay. Aber ihn gar nicht mehr einzubeziehen und der Säuer beispielsweise, und das finde ich krass tatsächlich, nicht mal mehr bei dieser Mannschaftsansprache oder diesem Gespräch zwischen Bobic und Mannschaft hat ja Friedrich nicht mehr beigewohnt. Und das finde ich krass, wenn man auch überlegt, dass Friedrich auf der einen Seite der Sportdirektor ist, aber auch immer einen wirklich sehr starken Bezug zu dieser Mannschaft hatte, auch weil er ja vorher so eine Art Teammanager war, weil er letztes Jahr mit Bobic zusammen sehr nah am Team gewesen ist. Und der wird dann von solchen Gesprächen ausgeschlossen. Finde ich, das finde ich schon bemerkenswert. Und es ist, glaube ich, auch bemerkenswert, dass an dem Tag zuvor beschlossen wurde, dass Typhon Korkut bleibt. Und einen Tag später geht Arne Friedrich. Übrigens, damit Typhon Korkut eine Woche später geht. Also, wenn das der Streitgegenstand gewesen sein soll, dann, naja, ist auch das nicht wirklich zu erklären oder nicht nachhaltig gewesen. Und man kann jetzt sagen, dass es vielleicht trotzdem Arne Friedrich den Stolz hätte runterschlucken müssen, um nicht eine weitere Schlagzeile und eine weitere Baustelle zu eröffnen. Die Frage ist aber tatsächlich, ob das denn so stimmt. Denn irgendwann sieht man, glaube ich, da auch keinen Sinn mehr. Irgendwann möchte man vielleicht auch ein Zeichen setzen, dass vieles in die falschen Bahnen läuft. Und wenn Friedrich gar keinen Einfluss mehr hatte, außer bei Sky Halbzeitinterviews zu geben, dann hat das keinen Zweck. Er muss ja für sich auch gucken einfach, dass er nicht da irgendwie nur noch, ja, so ein bisschen als Clown da hinhält irgendwie, gerade in solchen Interviews dann. Nee, also, was die ganze Sache für mich halt so zeigt, ist, dass Bobic und Friedrich da jetzt auch nicht anscheinend das beste Verhältnis gehabt haben. Also, weil, warum soll man ihn denn nicht einbeziehen? Ja, okay, er ist dann weg, aber ist doch, aber jetzt ist er doch noch da. Er hat letzte Saison es geschafft, mit Paul Daday zusammen die Klasse zu halten. Warum jetzt nicht seine Expertise, Meinung noch mit einbeziehen und nutzen und warum ihn da einfach so ignorieren? Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist doch irgendwie Quatsch, außer man versteht sich halt nicht und sagt, ach komm, ich brauche seine Meinung nicht. So, ist auch eine Entscheidung, aber dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn derjenige sagt, ja, sorry, dann gehe ich halt. Und dann muss man an Bobics Stelle auch aushalten, wenn derjenige dann sagt, naja, ich gehe, weil mich hat eh keiner mehr gehört und ciao. Und was ich auch noch als Problem sehe, ist, dass Friedrich Bobic langsam, oder was heißt langsam, Friedrich Bobic hat kein Korrektiv mehr im Verein. Carsten Schmidt ist gegangen, aus privaten Gründen, das kann man gar nicht jetzt in Bezug auf Bobic beziehen oder so, aber er ist gegangen. Der war ja mehr oder weniger sogar der Vorgesetzte von ihm als Leiter der Geschäftsführung. Arne Friedrich als Sportdirektor ist gegangen, das Präsidium hat in dem Sinne keine sportliche Kompetenz, ne, also da sitzen ja jetzt nicht Leute, die früher Trainer oder Manager oder so gewesen sind, die diese Erfahrung oder die das Know-how von Bobic haben können. In der Geschäftsführung sitzt mit Ingo Schiller nur noch jemand für die Finanzen, der jetzt auch den sportlichen Bereich dahingehend nicht bewerten kann oder sich das nicht rausnehmen wird. Und auch, und da will ich, also ich finde, Ingo, du bist ein super Typ, ne, das ist überhaupt keine Frage, aber wie du schon sagst, ne, der sicherlich nicht irgendwie, also glaube ich, erstens ist er nicht der Typ dafür und zweitens würde er niemals irgendwie sich sportlich anmaßen, da irgendwie reinzuquatschen. Das ist der Punkt und vielleicht fehlt ihm auch schlichtweg die Zeit, Finanzen bei Hertha gewinnen wir mal. Nettes Thema. Das noch dazu. Und, ähm, alle Positionen, die jetzt im Sommer geschafft wurden, wurden von Friedrich Bobic geschafft. Das ist, ich kann mir, also ich glaube, dass es, im Erfolgsfall ist das alles egal, aber jetzt gerade so, wie es bei Hertha ist, sieht das halt wieder nach ungesunden Strukturen aus, die man seit Michael Pritzer eben nicht mehr haben wollte, ne, dass alle Personen, quasi einer Person, äh, ihren Job verdanken. Das kann natürlich auch bedeuten, wenn er sie holt, dass man in eine Richtung denkt, dass dadurch Prozesse effizient werden und so weiter, aber das ist alles nichtig beim Misserfolg und deswegen finde ich es schwierig, dass es kein sportliches Korrektiv mehr im Verein für Friedrich Bobic gibt und dass sich das auf, ja, also das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, weil der Sportdirektor, der kommen wird, den wird Friedrich Bobic verpflichten. Also, das ist schon nicht, das finde ich schon gefährlich. Auch wenn es jetzt für die, gerade für die Situation keine große Rolle spielt, wird das Perspektive schon noch ein Thema sein. Glaube ich auch. Gut, wollen wir sonst noch irgendwas zu der personalen Arne Friedrich sagen? Ich glaube noch, also, ja, es ist halt insofern auch schmerzlich, einfach weil so ein weiteres Stück härter DNA geht, ne? Ja, genau, das auf jeden Fall auch, ne, also da ist jetzt, da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig, das stimmt. Genau. Also, wer ist denn da noch? Da ist ja kaum noch jemand, der so ein bisschen, also ich meine, klar, wir wollen natürlich auch, dass irgendwie was sich verändert, ne, aber die, sagen wir mal, die gute DNA in Anführungsstrichen, die hätte man noch gern behalten. Aber es war ja auch klar, dass er geht, aber dass das jetzt wieder so passiert und so durch die Medien geht, es war natürlich auch wieder irgendwie Wasser auf den Mühlen. Hertha schafft es irgendwie nie, mit Personen einen sauberen Schnitt hinzubekommen, ne? Ja, das ist echt ganz schlimm. Also, ob das damals, also, ob das auch bei Spielerseite ist mit Peter Niemeyer beispielsweise, verdienter Spieler, muss am Ende alleine aufs Tor schießen. Und, also, das zieht sich auch durch den Verein und spricht, glaube ich, auch Bände. Ja, da muss sich auf jeden Fall auch was ändern. Ja, es gab ja dann am Dienstag die Medienrunde mit Freddy Bobic, wo es ja auch nochmal darum ging, um diese ganze Personalie Arne Friedrich, da sagte er dann zwar, ja, gab keine Differenzen zu Korkuts Verbleib und so, ob das jetzt alles stimmt, das ist jetzt seine Aussage, aber da würde ich auch mal dran zweifeln. Was auch noch Aussagen von Freddy Bobic waren, weil er dann auf Korkut angesprochen wurde, ja, also Korkut würde das Team noch erreichen, das Tischtuch sei nicht zerschnitten zwischen Mannschaft und Team, er hat weiterhin das volle Vertrauen, also Bobic in Korkut und ja, dann gab es ja auch unter der Woche ein... Ganz kurz, ein Zusatz ist schon, dass der Geschäftsführersport anerkennt mit einer Aussage, dass das aktuell aber auch keine Mannschaft ist, ne? Das war auch, also finde ich, war auch wieder eine bemerkenswerte Aussage. Also er sagt ja, wir sind aktuell keine Mannschaft und das wurde in erschreckender Weise bei dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gezeigt. Ja, und es gab dann unter der Woche ein sehr medienwirksames Training, sag ich mal, also es wirkte schon so etwas inszeniert, oder? Ja. Wie war das für dich? Dieser Wutausbruch von Teil von Korkut, der seltsamerweise für alle sichtbar war. Ja, also die Spieler sahen ja nicht besonders angesprochen aus, ne? Die wirkten jetzt nicht irgendwie erschüttert dadurch oder mitgenommen. Das habe ich mich auch gefragt. Wie würde ich aussehen in so einer Situation? Also, weil ich mich genau das gefragt hatte, so hä, okay, jetzt stehen die da und hören sich das an. So, eigentlich wäre es viel spannender zu sehen, was machen die danach, so, ne? Genau, klar. Die Reaktion, ne? Ja. Und so haben wir alle gehofft, dass die Reaktion dann am Wochenende kommt. Aber die ist ja auch ausgeblieben. Also ja, es wirkte ein bisschen nach Aktionismus. Ja, ich spiele euch an der Stelle mal kurz einen Ausschnitt ein. Das war so, also ihr müsst euch die Szenerie so vorstellen für alle, die es nicht gesehen haben. Korkut steht so in der Mitte des Teams und die alle drumherum, so einige noch mit Bällen unter den Armen. Ja, und dann sagte er dies. Come on, they are here, right? You are here until shit. I am here until shit. No problem. But I will give everything to stay up. But if the team, if the players are like this, then okay, we don't move, we don't fight for the situation. We come here, scheiß Blatt, scheiß Sonne blendet mich, was ist... Hey. Ich trainiere hier keine Jugendmeitschaft. Ich will das hier gewinnen. Das ist eure Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Ja, hier until shit. Dieser Korkut ist weg. Dieser Satz wird für immer bleiben, glaube ich. Ohne mich da jetzt wirklich wieder lustig machen zu wollen, weil... Also ich glaube tatsächlich, man muss ja mal aufpassen, dass man hier nicht gefühlt ins Schwurbler-Reich abdriftet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Typhon Korkut sich vor dem Training gedacht hat oder das sogar irgendwie mit Bobic besprochen war. Weißt du was, der Haus hat jetzt nochmal richtig auf den Tisch. So, ne? Medienwirksam, laut, dass die Leute sehen, dass du auch durchgreifen kannst. Die Rede wird er sich dann aber nicht zurechtgelegt haben, wie man merkt. Er switcht ja auch sehr zwischen Deutsch und Englisch. Das wirkt dann teilweise ein bisschen konfus. Ja, aber wie Puma schon gesagt hat, große Wirkung hat das nicht gezeigt. Und ich glaube, man kann, also ich glaube, Typhon Korkut hat diese Mannschaft nicht verloren, weil er sie, glaube ich, nie richtig gewonnen hat für sich. Und das ist ein großes Problem, eines der großen Probleme gewesen, warum dann viele andere Dinge nicht mehr gefruchtet haben. Ja, aber ja, das war eines der weiteren Anekdoten dieser turbulenten Woche. Ja, was da auch so komisch noch wirkte, war dann die Pressekonferenz, die darauf folgte vor dem Gladbach-Spiel, wo Korkut darauf angesprochen worden ist. Und da wirkte er fast so froh. Ja, so ein bisschen stolz auf sich. So, ja, das bin auch ich. Also, ich kann hier auch mal laut werden, ja. Ja, aber wirklich ernst wirkte das halt nicht, ne? Also, ich glaube, es hätte halt so ein Echo gar nicht erfahren, wenn es wirklich so ist, wie er sagt. So, dass er, dass das auch genau sein Gesicht ist und so. Das nehme ich ihm halt auch einfach nicht ab. Und das finde ich auch völlig okay, dass er vielleicht nicht so ein Typ ist, aber dann versuch doch nicht irgendwas zu sein, was du nicht bist. Genau. Das ist doch Quatsch. Gut, aber ich würde sagen, dann können wir theoretisch oder praktisch jetzt auch in die Spielanalyse starten. Ja, denn auch Teil von Korkut, da gibt es auch so ein paar Parallelen zu seinem Aus. Bei Stuttgart hat man wieder alles ein bisschen über den Haufen geworfen, was er so die letzten Wochen gemacht hat. Und hat sowohl sechs Änderungen in der Startelf vorgenommen, als auch ein neues Spielsystem jetzt wieder benutzt. Puma, welche Änderungen waren das denn? Und welches Spielsystem haben wir diesmal gesehen? Ja, nachdem seine Lieblingsaufstellung ja gar nicht funktioniert, hat er auf die Fünferkette umgestellt und sehr defensiv spielen lassen. Also hat sehr viele defensive Spieler gebracht. In der Innenverteidigung kam Kempf und Stark für Bujata, Plattenhardt für Björkern und davor dann auch noch Aska Sibar und Tuzar. Also allein das spricht schon für sehr viel Defensivpower, die er da aufgestellt hat. Und im Sturm hatten wir dann noch die Überraschung mit Davy Selke als zweite Spitze neben Belfodil. Ja, und er sagte ja in der PK, wir wollen nicht den Bus parken, Marc. Genau. Ja, passt es auch zu der Aussage, als er vor dem Spiel, dann war die Aufstellung schon raus von Sky, gefragt wurde, beziehungsweise sie stellten dann in den Raum, dass sie in dieser Aufstellung acht defensiv denkende Feldspieler lesen würden. und er trotzig antwortete, nee, da sind auch zwei Stürmer. Wo ich mir denke, ja. Du hast die Frage nicht verstanden. Aber das beantwortet die Frage ja quasi dann doch. Wenn man so möchte. Also, ähm, ist, ist schwierig. Ähm, es waren 5-3-2. Es war das absolut defensivste, was man sich irgendwie vorstellen konnte, was du aus diesem Kader pressen kannst, wenn deine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Schienenspieler ähm, Plattenhardt und Pekarik auch sind. Darida ist dein offensivster Mittelfeldspieler in diesem System gewesen. Sonst hattest du die Arbeiter, Tuzar, Askasibar, Gächter war ja auch drin. Ähm, vorne die beiden langen Zielspieler, Selke, Belfodil. Also, es konnte nicht destruktiver sein. Äh, Korkut hat in dieser Aufstellung auf Tempo verzichtet. Es gab kein Tempo. Es gab keine Dribbel wie Passstärke. Es gab keine Kreativität. Dann gab's gar nichts. Ziel war Tiefstehen, Kompaktheit, defensive Stabilität, Gladbachs Aufstellung, die ja auch mit einer Dreierkette spielen, ein Stück weit spiegeln, ne, und dann selber klarer Fokus auf lange Bälle, Halbfeldflanken und dann irgendwie diese zweiten Bälle und Standards holen. Ähm, und das Spannende ist, dass Typhoon Korkut in seinem letzten Spiel als VfB-Stuttgart-Trainer genau dasselbe getan hat. Das hab ich da gerade schon angedeutet, ja. Ja, auch da, 5-3-2, nachdem er vorher in seinem gewohnten Vierer-Kettensystem gespielt hat, extrem defensiv, äh, ja, sehr konstant, sehr destruktiv und dann mit 1-3 verloren gegen Hannover und es war sein letztes Spiel als Trainer. Also, Geschichte wiederholt sich. Ähm, es ist, das ist schon, fast schon wieder lustig, muss man sagen. Also, naja, auf jeden Fall, ähm, war die Marschroute, ja klar, also es war, also, unter der Woche wurde ja noch gesagt, das hat ja auch dann Bobisch bestätigt, dass man jetzt einen anderen Ansatz wählen möchte für das Spiel. Dass man gemerkt hat, die Mannschaft ist zu verunsichert für das, was Typhoon Korkut von der Mannschaft will und dass man jetzt einen einfacheren, defensiv, kompakteren Fußball spielen möchte. Aber das hat man ja fast schon satirisch auf die Spitze getrieben mit dieser Aufstellung. Hinzu kommen ja auch so Entscheidungen wie Boyata, klar, wir haben über ihn gesprochen, aber seinen Kapitän draußen zu lassen. Schwolo ist gar nicht mitgereist, den hat er völlig demontiert, obwohl er ja die gesamte Woche trainiert. Ja, äh, der hat die ganze Woche nach Corona, seiner Corona-Infinanzierung trainiert. Alle dachten, nachdem Lotka ja dann doch gegen Freiburg, äh, Freiburg sag ich schon, gegen Frankfurt mit untergegangen ist, naja, entweder entscheidest du dich jetzt wirklich für Christensen oder dann kehrt halt Schwolo zurück. Schwolo gar nicht im Kader. Alles, was irgendwie für Spielstärke steht, Richter, Serdar, Eklund Kamp auf der Bank und Mittelstädt, der mit Toussaint, würde ich vielleicht noch sagen, gegen Frankfurt der Einzige war, der gekämpft hat, saß auf der Bank. Und Plattenhardt, der überhaupt keine Rolle mehr gespielt ist, ist plötzlich wieder da. Und Björkern ist auch in Berlin geblieben. Und, also, es, es, es schrie vor verzweifeltem Aktionismus genau das, was ja auch Friedi Bobic die ganze Zeit eigentlich Korkut unterstellt hat oder attestiert hat, dass er ihn in seiner klaren, nicht-aktionistischen Art, ähm, mögen würde. Ja. Ja, also, gerade diese, also, ich fand die Fünferkette an sich oder das System an sich gar nicht so verkehrt, aber eben diese Personalentscheidungen, Personalentscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann, ne? Also, wie du schon sagst, Plattenhardt aus dem Hut gezaubert, äh, Selke neben Belfodil gestellt, ähm, Björkern nicht auf der Bank, Maulidar nicht auf der Bank, Jovitic mit Muskelproblemen. Jovitic auch nicht, aber da weiß man ja nicht. Ja, muss man aber wieder zum Rück, also, auf Popic zurückführen, ne? Und, ähm, ja, Lotka im Tor, das sind schon alles sehr verrückte Ideen gewesen, die da Korkut nochmal aufgefahren hat. Ja, und wie, wie, also, ich, nur zur Transparenz, ich hab das Spiel nur in den Highlights, Highlights in Anführungsstrichen, verfolgt, ähm, weil, ja, ich hatte Besseres zu tun, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen würde ich gerne von euch wissen, äh, ich hab, ähm, ja, nur gesehen, dass, äh, irgendwie, also, Szenen gab's eigentlich nur von Gladbach. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass, äh, Hertha irgendwie von der ersten Minute an im Spiel bei Puma. Genau, es war wirklich der Fokus komplett darauf gelegt, äh, hinten zu verteidigen und so lange wie möglich zu Null zu spielen. Ähm, an sich mit der Fünferkette auch, wie gesagt, gar kein so verkehrter Ansatz, meiner Meinung nach. Allerdings hat man schon von vornherein gemerkt, dass, ähm, es immer wieder kleine Abstimmungsfehler gab und, also auch Kämpf zum Beispiel mit ganz schlimmen Stellungsspiel und, ähm, genau, so, dass Gladbach das Spiel dominierte, zwar nicht zu zwingenden Chancen kamen zunächst, aber es war immer eine permanente Unruhe im Hertha-Spiel zu merken. Ja, ich, also, ich fand den Kommentar von Steffen Rohr noch ganz cool, äh, aus dem Kicker, der, äh, beschrieben hat das so als Vollgas im Rückwärtsgang. Mhm, also, das fand ich, fand ich eine sehr treffende, ähm, ja, eine sehr treffende Beschreibung für das Ganze und, äh, ich weiß nicht genau, welcher Gast es war, ich hatte jetzt gerade noch das kleine Segment beim Rasenfunk über Hertha gehört, einer der beiden Gäste meinte, er findet es so krass, weil das, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, Puma, diese Abstimmungsfehler und so, Hertha macht Fehler, die ergeben keinen Sinn. Also, die, da, da, da fehlt es wirklich an allem. Die dreschen in völlig unerklärlichen Momenten, wo man eigentlich Platz hätte, den Ball nach vorne, wo man sich denkt, hä, das muss doch jetzt gar nicht sein, was ist denn los mit dir? Die haben den Kopf verloren. Genau, das sagte er auch. Die einzigen Spieler, die da so ein bisschen hervorstechen, sind eben die, die noch nicht verbraucht sind, ne, also so ein Lottger oder ein Gächter, die machen diese einfachen Fehler komischerweise nicht oder nicht in dieser Häufigkeit. Und das ist schon bemerkenswert, also auch gerade ein Kampf, wo man ja auch denkt, dass der neu ist und eben eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht hat zunächst, der wirkt jetzt komplett überfordert, also als ob der sich dieses Hertha-Niveau direkt angeeignet hätte. Ja, ist schon cool. Direkt in die Vene gespritzt, das ja dagegen. Das ist schon komisch, also das ist ja wirklich, was einfach auffällt und was auch vielen Leuten auffällt, dass einfach diese, die Spieler wären einfach krass schlechter bei Hertha. Ja, du wirst glaube ich mit, also auch da, erinnert euch an den HSV, wie die, wie die Sommer für Sommer da wieder einen Kader eingestellt haben, wo man so dachte, in der Theorie dachten alle dann so, oh ja, geht eigentlich, aber die werden durch diesen Negativsog, der ja nicht aufhören will, werden die einfach mitgezogen, so und dann ist es egal, was du individuell auf dem Kasten hast, das geht irgendwann verloren, das zerbröselt. Aber vielleicht zum Spiel zurück, also ich finde, dass Hertha so 15 Minuten lang relativ diszipliniert und giftig gegen den Ball gearbeitet hat, was man eben aber auch bei der Aufstellung erwarten kann, was aber, wo man von Anfang an riesige Probleme hatte und auch da denke ich mir, also Leute, das muss klar sein gegen Gladbach, die hatten riesige Probleme, den Achter- und Zehnerraum effektiv zu schließen, ähm, die Zone, in der sich Gladbach super doll wohlfühlt, weil, äh, Thüram und Plea sich, also immer in diesen Räumen stehen, so, das heißt, die Spiele aus der Innenverteidigung in diesen Achterraum, wo dann ja auch so spielstarke Spieler sind wie Neuhaus und so, kriegen das relativ schnell in den Zehnerraum, äh, äh, geschossen und entweder kommt dann der Pass in die Spitze oder sie legen nochmal nach außen, weil dann der Schienenspieler mitgelaufen ist, so, und das muss klar sein, das, das weiß man eigentlich und das hat Hertha überhaupt nicht hinbekommen, weil auch diese Abstimmung zwischen, äh, also zum einen hat die Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld nicht geklappt, also wann rückt vielleicht auch mal ein Innenverteidiger aus, raus aus dieser Fünferkette, um Raum zu schließen, wenn die Sechser zu weit aufgerückt sind und auch die Abstimmung zwischen, wer steht wo im Mittelfeld, war nicht klar, also wie hoch steht denn Azkassibar, wenn Tuzar in dem Raum ist oder so, also diese Abstimmung gab es überhaupt nicht, dadurch wurden Lücken gerissen, Azkassibar hatte sowieso riesige Probleme in dem Spiel, was Stellungsspiel angeht, was Passstärke angeht, er hatte wieder seine typischen Szenen, wo er auch mal eine Grätsche spektakulär setzt oder ähnliches, aber das entschädigt auch nicht und, ja, Gladbach hat spätestens so um die 18. Minute herum völlig die Kontrolle übernommen, Hertha stand so tief, als ob man gerade gegen den FC Bayern in Hochform spielen würde, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, ja, Gladbach ist spielstark, aber Gladbach war zu dem Zeitpunkt auch massiv gebeutelt, ne, die hatten auch vorher dieses Spiel gegen Stuttgart verloren, die strotzen nicht vor Selbstbewusstsein und ich finde, das 5-3-2 von Hertha hat eins bewirkt, nämlich Gladbach stark gemacht. Ja. Aber es liegt auch an den Spielern, also ich glaube, wie gesagt, wenn du da ein bisschen spielstärkere Spieler aufstellst, dann muss das nicht so defensiv sein. Genau, also, das sehe ich total genauso, also ich bin auch der vollkommen, also das ist ja eigentlich auch, das sagen ja alle, die sich damit auskennen, dass eine Aufstellung nicht gleichzeitig die Marschroute diktiert, das ist ja vollkommen klar, es gibt sehr offensiv ausgerichtete Dreierkettensysteme, Beispiel Gladbach, ich sehe, und wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit hier unsere Wunschaufstellung präsentiert und die ist ja auch eine Dreierkette, also ich wünsche mir das System an sich, weil ich glaube, dass das zu dem Kader passt, aber so wie es jetzt Korkut aktionistisch interpretiert hat, kann es nicht funktionieren. Das war mit Ansage. Korkut hat im Prinzip die richtigen Schlüsse gezogen, indem er auf Fünferkette umstellt, hat dann aber die falschen Schlüsse daraus gezogen, welche Spieler er bringt. Ja. Ja, Marc, du meintest, Hertha hat Gladbach stark gemacht, nicht zuletzt durch den Elfmeter. Da, ja, also, da fand ich den VAR, da hat er mal gut funktioniert, ging ja auch gegen Hertha, ne, da hat das alles relativ schnell in einer Minute geklappt, dass man sich da abstimmt und den Strafstoß gibt, auch total zu Recht, Kempf, Foulter, Thüram ist ganz klar, Michael hat dazu uns auch noch eine Mail geschrieben und der hat uns schon mal geschrieben, ihr erinnert euch vielleicht, dass Kempf doch immer noch weiterhin insgeheim für Stuttgart arbeitet. Ja, sowieso gab es diesen Tweet mit quasi Herthas, ne, Stuttgarts Klassenerhaltsteam und dann waren da halt Korkut, Bobic und Kempf abgebildet, da musste ich schon lachen. Ja. Da musste ich schon lachen. Ja. Ja, also, ja, ist natürlich, also, ist ja natürlich, also, ich glaube nicht, dass es so ist, dass, äh, der wird schon, äh, jetzt für seinen derzeitigen Arbeitgeber alles tun, aber das war halt leider, ähm, sehr ungestüm von ihm, ähm, ja, Plea macht dann diesen Elfer auch, äh, gut und locker rein und, ähm, ja, damit ist eigentlich zur ersten Halbzeit auch schon fast alles gesagt, oder? Ja, weil Hertha mit dieser Defensiv-Taktik ja den Schalter nicht mehr umlegen kann. Du musst dir ja vorstellen, also, das habe ich ja auch schon unter Pal Dardai öfter gesagt, nur weil er dann in der Schlussphase drei Stürmer reinstellt, heißt das nicht automatisch, dass man gefährlicher ist und nur weil man zwei Defensivspieler mehr reinstellt, heißt das nicht, dass man defensiv sicher steht. Das ist ja immer noch Hertha BSC und wir haben ja die fehlenden Abstimmungen besprochen, wir haben ja die Verunsicherung besprochen. Du musst davon ausgehen als Trainer, dass deine Mannschaft, äh, also, ne, wenn deine Mannschaft härter ist aktuell, musst du davon ausgehen, dass sie in Rückstand geraten kann. So, und das passiert in der 24. Minute und 20 Minuten lang merkst du, dass es keinen Plan B gibt. Also, es konnte, also, in dieser Marschroute, die, in der Hertha aufgestellt wurde, konnten sie gar kein anderes Szenario bedienen als ein 0 zu 0 und das finde ich fast schon erschreckend naiv. Ja. Na, er hat ja dann auch reagiert in der Halbzeit, kommt dann, äh, Suat Serdar für Ascaciba in die Partie, also so ein bisschen mehr Spielstärke hat er dann eingewechselt, Puma, und ich habe auch so, was ich gelesen und gehört habe, ist, dass auch Hertha zunächst mal stark verbessert dann aus der Halbzeit rauskam. Ja, zunächst muss man noch ganz kurz erwähnen, dass Hertha zur Halbzeit einen Expected Goals Wert von 0 hatte. Ja. Ich glaube, das ist, äh, Rekord, also das gab's vorher noch nicht. Dementsprechend musste er wechseln, hat, äh, Suat Serdar gebracht und, äh, man hat gemerkt, dass er Fußball spielen kann, ne? Ja, also, ähm. Was? Ich habe's gemerkt, ja. Da gab's auch einen tollen Tweet. Nein, das war, das war... Da gab's auch einen tollen Tweet, den hast du, glaube ich, auch gehalten. Ich habe den bei der Elf Freunde gelesen, ähm, wie war das, unter welchen Trainern, äh, Suat Serdar schon alles trainiert hat. Ich hab's hier. Lese mal vor, das war gut. Seiner Reminder, dass Suat Serdar in zwei Jahren von David Wagner, Manuel Baum, Hub Stevens, Christian Groß, Dimitros Gramozis, Paldadei, Taifun Korkut und Felix Maga trainiert wurde. Ich würde verstehen, wenn der Bruder im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt. Von wem war der Tweet? El Maestro. El Maestro. Also, ja, ey, ich find's auch richtig krass, vor allen Dingen jemand mit solchen Anlagen, ne? Das musst du dir mal vorstellen, ey. Und dann, das ist einfach nur ein einziges Chaos, seine Karriere gerade. Das ist einfach ganz schlimm. Der wird sich halt denken, also, ja, sag. Ne, ich, ja, wo wir wieder beim Thema defensive Aufstellung sind, ich hab grad mal reingeschaut, ähm, wenn wir unser zentrales Mittelfeld anschauen, dann hat Suat Serdar bessere Zweikampfwerte als Darida oder Tuzar. Ja, und kann dazu auch noch Fußball spielen. Ja, weil da diese Dribblings dabei sind, ne? Die zählen ja auch als Zweikämpfer, also wenn er quasi ein Dribbling gewinnt, was er ja oft tut, dann zählt das als gewonnener Zweikampf. Der ist aber noch nicht defensiv geführt. Aber es ist ja auch egal, du hast gar keinen ... Ne, aber ich würd' ihn jetzt nicht viel schlechter abschreiben, ne, was Defensive angeht. Also, das ist keiner, den du jetzt nur offensiv bringen kannst. Ne, aber es ist ... Du hast ja ohne Serdar, hast du kein verbindendes Element in deinem Spiel. Und das ist ... Also, ich versteh das gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann ... Also, wirklich, ich bin ... Also, ich hab mir die Aufstellung angeguckt und ... Man will ja da nicht altklug klingen, aber ich wusste, dass das nicht funktionieren kann. Es konnte nicht funktionieren. Es war mit Ansage. Es war klar, dass Hertha ein Gegentor kassiert, weil sie das in jedem einzelnen Spiel tun, und zwar nicht nur einmal. Und es war klar, dass du mit dieser Aufstellung nicht antworten kannst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Plan gewesen ist. So, und zur zweiten Halbzeit, Serdar kommt, und oh Wunder, Hertha spielt flüssiger und dynamischer. Also, man stand dann etwas höher, man hat versucht, ins Pressing zu kommen, nachdem man ja in der ersten Halbzeit ... Also, man hat ja nicht mehr an der Mittellinie gepresst. Dann stand man höher, man sammelte auch dann, komischerweise, mehr Abschlüsse, erste Abschlüsse, erste Offensivmomente. Man hatte ja beispielsweise auch in der 54. Minute den sehr gefährlichen Kopfball von Kempf nach Ecke von Plattenhardt. Da kann Sommer gerade noch halten. Aber auch das ist härter. Dann hast du deine beste Phase des Spiels, die immer noch nicht gut ist. Versteht mich da nicht falsch, aber es ist, gemessen an dem, was man vorher gesehen hat, die beste Phase. Und dann reißt du dir das in der 60. Minute durch den Standard-Gegentor ein. Also, viel mehr härter geht ja nicht. Ja, da trifft dann Ginter nach einer Ecke per Kopf. Und, ja, ich glaube, Toussaint verliert ihn da aus den Augen so ein bisschen. Selke. Also, er kann sich da sehr leicht ... Selke ist er nicht. Ja, oder Selke. Genau. Er kann sich da sehr leicht lösen und kann ihn da mehr oder weniger freistehend dann reinköpfen. Das war schon sehr gut gemacht. Aber, ja, mal wieder eine Schlechtleistung von uns dann in dem Fall. Ja, Davy Selke, also verstehe ich sowieso nicht mehr, wie man den noch ernsthaft in einem Bundesligaspiel aufstellen kann. Also, der glänzt halt nur durch Fouls. Das mag man ihm ja noch irgendwie als Wille auslegen. Im Endeffekt ist das nicht Bundesliga-tauglich. Ja, ich glaube, das Einzige, was man ihm ... Also, der ist halt so ein guter Typ. Weißt du, man will irgendwie gar nichts Schlechtes über ihn sagen, weil er, glaube ich, persönlich irgendwie so ... Nein, ich mag den auch. Also, was heißt Mögen, aber ... Er spielt Kacke. Aber er spielt halt einfach unglaublich schlecht und wir sind ein Mann weniger. Also, auch sein Anlaufen ist nicht gut. Und, ja, also, von ihm war über 90 Minuten nichts zu sehen, bis auf eben diesen verlorenen Zweikampf, der zum 2 zu 0 geführt hat. Ja, das ist es leider. Er ist bemüht. Er ist bemüht. Auch Belfodil war bemüht. Also, Belfodil hat auch ... Der hatte gute Momente in der Partie wieder. Er kann Bälle festmachen. Er hat sich auch öfter mal fallen lassen, um einen Achter von Gladbach anzulaufen oder ähnliches, wenn das Mittelfeld von Hertha mal wieder überfordert war. Er hatte eine Chance vorbereitet, wo er per Hacke ablegt. Sehr schön. Aber wenn du gefühlt dreieinhalb Bälle in der Partie bekommst und nichts nachrücken kannst, weil alles defensiv auf dem Feld steht, wird's halt schwer, ne? Na, und halt Selke, der da vorne nicht viel hilft, ne? Also, du musst ja ... Ja, klar, die kannst du auch nicht groß kombinieren, ja. Wenn Belfodil so spielt, wie er spielt und sich immer wieder auf die Flügel fallen lassen muss und so weiter, dann muss ja irgendjemand im Zentrum da sein. Aber mit seinem Gast diese Person halt nicht. Ja, und Selke turnt halt überall rum, aber nicht da, wo er stehen soll ungefähr. Wie gesagt, der Einsatz ist da, aber ... Naja, ich finde tatsächlich, dass man noch Anton Kader wehen kann. Der kommt in der 61. Minute für Pekarek, der einmal mehr völlig überfordert war. Und ich bin dazu geneigt, natürlich auch Pekarek als Erfahrung, trotz seiner Erfahrung, leidet natürlich darunter, wie die gesamte Mannschaft spielt. Aber der ist ... Das ist nicht mal mehr dieses Mr. Zuverlässig. Sorry, aber das reicht nicht mehr, finde ich. Aber das nur am Thema am Rande. Anton Kader wiederum. Ich finde, Anton Kader hat das wirklich gut gemacht. Also, der hat richtig Tempo mitgebracht, der hat Zug nach vorne gebracht, der hat Tiefe mitgebracht. Also, das Wort war ja vorher ein Fremdwort gefehlt. Obwohl er jetzt auch nicht der gelernte rechte Schienenspieler ist. Ich fand das sehr in Ordnung. Also, das kann man ja auch mal, wenn man mal positive Dinge nennen will, dann, dass das 18-jährige Eigengewächs in seinem zweiten Bundesligaspiel einen ordentlichen Auftritt hingelegt hat. Ja, habe ich jetzt auch schon von einigen Seiten gehört, dass der einen guten Eindruck macht. Ich rechne nur leider damit, dass Magath einfach aufgrund der guten alten Zeiten Pekarik dann trotzdem spielen lässt. Ja, mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, aber im Anschluss muss man sagen, dass es wieder, auch da, das Spiel hat ja eigentlich keine neuen Erkenntnisse geliefert. Und auch eine weitere neue Erkenntnis ist nicht, dass die Mannschaft im Anschluss, sie will noch. Die Spieler wollen. Also, die haben sich nicht aufgegeben. Aber es will wieder jeder für sich alleine. Es ist da wieder kein Team auf dem Platz. Genau diesen Satz hat ja übrigens Fredi Bobic quasi getroffen als Argument, warum es mit Pal Dardai nicht weitergehen sollte. Das war auch in diesem Spiel der Fall. Die haben sich nicht aufgegeben. Die haben ja sogar noch, also, es kommen ja dann auch Eckelenkamp für Richter. Äh, Eckelenkamp und Richter, sorry, für Selke und Darida, so rum. Das kam fast schon im Schuldeingeständnis, Korkuz gleich, der gemerkt hat, dass sein Plan einfach wirklich nicht geklappt hat. Und als Eckelenkamp und Richter reinkommen, naja, drei Minuten später trifft Eckelenkamp die Latte. Richter ist voll in der Partie. Hertha will, Hertha drückt. Aber, wie gesagt, es fehlen die vereinende Idee und die Konsequenz. Aber sobald diese Spieler zusammen mit dann ja auch Serdar auf dem Platz standen, war es ein anderes Spiel. Ja, man muss einfach sagen, das war einfach dann im Grunde wieder verschenkt. Also, es war einfach ein verschenkter Spieltag gegen ein desolates Gladbach, zuvor zumindest, die du hättest auf jeden Fall schlagen können, glaube ich. Wenn du einen Plan gehabt hättest, wenn du nicht so verunsichert gewesen wärst, aber es war halt wieder verschenkt. Und ich meine, die Reaktion von Bobic lässt ja auch nicht lange auf sich warten. Am Montagvormittag dann, nee, oder Sonntagvormittag. Ja, Sonntag war es, ne? Wann sie ihn entlassen haben, Korkut? Ja, Sonntag. Also, eigentlich hat er im Interview schon bei Sky danach schon gesagt, dass das jetzt vorbei ist. Ja, und er hat gesagt, wir äußern uns im Laufe des nächsten Tages darüber. Gut, ja, dann ist auch schon klar, was sie... Ja, das Ärgerliche ist halt, dass das so unnötig alles ist. Das ist alles so brutal unnötig, weil es so, ja, so Fehlentscheidungen mit Ansage sind. Also, jetzt auch wieder die Aufstellung, wie gesagt, das sind nur kleine Stellschrauben, die man hätte verändern müssen, um nicht zu so einem ganz schlimmen Ergebnis zu gelangen. Und wenn du gegen Gladbach einen Punkt holst und gegen Frankfurt auch einen Punkt, auch wenn der unverdient sein mag, dann hast du zwei Punkte mehr als jetzt und zwei Gegner, die noch weiter unten drinstehen oder mit dir zusammen weiter unten drinstehen, als es jetzt der Fall ist, ne? Und das ist so unglaublich schwer auszuhalten, gerade, dass das alles so vermeidbar scheint. Ja, vor allen Dingen vermeidbar, weil es ja auch schon relativ schnell deutlich wurde, dass jetzt nichts nachhaltig besser wird mit Korkut. Also, wie oft haben wir jetzt, wie viele Wochen oder nach wie vielen Spielen haben wir gesagt, also, dass irgendwie da, das wird nichts mehr, das sehe ich nicht, dass das irgendwie besser wird. Und wir müssen jetzt irgendwie hoffen, dass alle anderen da verlieren und so weiter und so fort, was natürlich nicht passiert. Und das kann es doch nicht sein. Also, allein da hätte man doch schon als Bobic sehen müssen, oh, das kann hier nochmal ganz nach hinten losgehen. Und ich, also, ich empfinde das jetzt halt auch als schon zu spät, dass es jetzt erst passiert ist. Ist es auch. Also, du hattest diese Spieltage, wo die Konkurrenz nicht gepunktet hat, ne? Das ging ja eine ganze Zeit lang gut. Ja. Aber das hat jetzt halt ein Ende und das ist zu spät. Ja. Und das Spiel gegen Gladbach, ne? Das ist ja nicht mal das schlechteste gewesen in der Ära Korkut. Aber wenn du nach all den Wochen und nach all den Maßnahmen der letzten Tage, wir haben das ja alles erwähnt mit einem Mannschaftsabend und so weiter, übrigens bezeichnend, bezeichnend für den Zustand einer Mannschaft, wenn du einen Mannschaftsabend so in den Vordergrund rücken musst, ne? Dass das auch jetzt erst kommt, also wirklich, ganz ehrlich, wir sind, also, ich spreche jetzt mal für mich, ich bin hier irgendein Dulli, der sich jede Woche vor das Mikrofon setzt, eigentlich gar keine Ahnung von Fußball hat und hier irgendwie dummen Quatsch geredet, so. Aber wenn selbst ich merke, dass das irgendwie mal nötig wäre, mal einen auskriegen zu gehen, oder könnt ihr gerne mal ins Archiv gehen, in welcher Folge das war, ich verstehe das nicht. Warum denn jetzt erst? Warum denn vor so einem Spiel gegen Gladbach? Warum steht man jetzt erst auf Fünferkette um, nachdem es vier, fünf Mal davor nicht gut gegangen ist? Das kann doch nicht sein. Ja, das finde ich so krass. Also, Marc. Ja, einfach die Masse. Heute haben wir es, ne? Heute haben wir es, ja. Aber das ist so, es fällt einem so viel dazu ein und ich glaube, diese Masse an so einfachen Fehlentscheidungen ist eigentlich das, was im Endeffekt so wehtut, ne? Sondern es geht, seit Bobic's Amteintritt geht es los, ja? Also, diese Kaderplanung, wo man sich gefragt hat, oh, geht es gut? Und mag sein, dass wir das Geld gebraucht haben und dass es alles notwendig war. Ich weiß nicht, man kriegt ja so ganz saubere Zahlen auch nicht raus. Vielleicht hilft da der Podcast nächste Woche weiter. Aber ob dieser Umbruch so drastisch ausfallen musste, weiß ich nicht, ne? Und da geht es schon los. Hätte man nicht einen von den Spielern, die irgendwie geliefert haben, behalten können oder, ähm, ja, eben den Umbruch nicht ganz so drastisch gestalten können. Und dann die Entlassung von Dardai, wo man sich auch fragt, okay, irgendwo verständlich, aber geht alles sehr schnell und richtig notwendig war die Entlassung auch nicht. Und dann aber die Verpflichtung von Korkut, die das Ganze ja auch nicht besser macht. Und dann schaut man sich das Woche für Woche an, dass da nichts passiert. Und das ist so, also man denkt einfach irgendwann, es muss doch jetzt mal aufhören, dass man nur Fehlentscheidungen trifft. Und diese Fehlentscheidungen gehen dann auf die Spieler über und dann entscheidet sich Kempf da zu so einer Grätsche, die totaler Schwachsinn ist in der Situation. Und ich fühle mich gerade, als wären wir irgendwie live dabei, die vierte Staffel von Sunderland, Till I Die zu drehen. Ist wirklich. Wo man auch irgendwie denkt, ey, jetzt reicht's doch mal. Aber kann ja gar nicht sein, weil Hertha kriegt ja keine Doku. Eben. Das ist nämlich der Punkt, warum die mit den Dreharbeiten aufgehört haben, ja. Und, aber, ja, es ist krass, wie gesagt, dass du, ja, du, du, du triffst all diese Maßnahmen, ne, diese Woche und das Spiel gegen Gladbach erzählt, ergibt dir keinerlei Neuerkenntnisse. Oder überhaupt so was Verrücktes wie ein Erfolgserlebnis. Es war der übliche Mix aus Verunsicherung, individuellen Fehlern, fehlender Idee mit Ball und einem kopflosen, wenn auch motivierten Anrennen, wenn das Spiel ja quasi schon entschieden ist. Das hab ich auch schon auf diese Scheinkourage. Ne, also, wenn's dann eh egal ist, dann wird halt ein bisschen gespielt. Aber das kann ich nicht, also, das kann ich nicht mehr positiv bewerten, wenn's so oft passiert, wie die Spiele nun mal laufen. Es ist, es ist, seit Wochen hat man es nicht geschafft, einen Gegner mal ins Wanken zu bringen. Es ist, seit Wochen hat man keine Widerstandsfähigkeit. Ähm, und was ich auch so krass finde, ist, dass, man erinnert sich an die, an die Antritts-WK von Typhon Korkut. Da konnte er ja schon selber keine Antwort darauf liefern, was er überhaupt, also, ne, wie, wie, was jetzt seine Idee ist, was der Schlüssel ist, was er jetzt verändern will. Spiele gewinnen. Wo er sagt, ja, Spiele gewinnen, erfolgreich sein. Wie viele hat er gewonnen? Stark. Wie viele, wie viele Spiele hat er gewonnen? Eins? Zwei? Zwei, glaub ich. Dortmund und Bochum. Ne, Dortmund und Bielefeld. Bielefeld, Entschuldigung, ja, nicht Bochum, Bielefeld. Ja, ne, Punkteschnitt von 0,75 oder so. Übrigens hab ich mal geguckt, wenn man den Punkteschnitt von Paldada gehalten hätte, jetzt nur in der Theorie, ne, dann wär man jetzt bei 28,6 Punkten. Das sind, runden wir mal ab von mir aus, sind wir bei 28, wären wir jetzt, da wäre Hertha jetzt fünf Punkte über dem 16. Und ich halte es nicht für unrealistisch. Und man hätte sich die Tordifferenz nicht so zerschossen, glaube ich, aber anderes Thema. Ähm, so, und was ich aber sagen wollte, Antritz-Pekatei von Korkut, er wolle sich an den Eigenschaften der Spieler orientieren. Da hat er ja einen sehr, einen sehr pragmatischen Eindruck erweckt, ne? Ja. Und es ist das Gegenteil. Es ist das absolute Gegenteil. Als vollkommen klar war, Lukas hat ja gerade schon erwähnt, dass das von Spiel zu Spiel nicht geklappt hat. Und er hat nichts verändert. Er hat weiter an seinem System festgehalten. Er hat weiter an seiner Spielart festgehalten, die die Mannschaft offensichtlich nicht umsetzen kann. Weil zum einen Spieler dafür fehlen und zum anderen die Verunsicherung schon so um die Mannschaft gegriffen hat, dass das nicht mehr klappt. Du kannst nicht mit solch einer Mannschaft versuchen, sauberen Ballbesitzfußball zu spielen. Also, das geht nicht in meinen Kopf, dass da nicht irgendwann der Schalter kam. Da müssen wir umdenken. Und als der Schalter kam, kam so ein Spiel wie gegen Gladbach raus, wo man gefühlt die Spieler auf die Torlinie gestellt hat. Also, auch völlig überreagiert in dem Moment. Aber dieses Pragmatische? Im Gegenteil. Und natürlich ist es so, dass Typhoon Korkut, der war nie das alleinige Problem. Es ist nie das, aber er war auch nie Teil der Lösung, hatte man das Gefühl. Und das stellt mittlerweile die Dada-Entlassung in ein ganz anderes Licht. Und das stellt eben auch Freddy Bobic sehr in den Fokus. Und jetzt überleg mal, das ist ja das zweite Mal schon, dass Hertha diesen Fehler begeht. Und erst hat Preetz diesen Fehler gemacht, jetzt hat ihn Bobic gemacht. Preetz hat damals Dada entlassen, um den nächsten Schritt zu gehen, um irgendwie eine Entwicklung zu sehen. Weil ihm hat Dada nicht mehr ausgereicht. Wenholter, Ante Czovic. Fail. Jetzt ist ein Bobic da. Er sieht Pal Dada nicht mehr auf der Position, will eine Weiterentwicklung, will besseren Fußball sehen, angriffslustigen Fußball. Wenholter, Typhoon Korkut. Fail. Ja, es gibt da aber schon einen Unterschied. Also insofern einfach, als Preetz Dada entlassen hat, das war einfach sauberer, weil das zum Ende der Saison war. Es gab den Investor, so ein bisschen Aufschwung, es gab auch neue Spieler mit Luki Bakio. Und so die Entscheidung... Dann stellst du dann den U23-Trainer hin. Genau, das ist falsch, das ist falsch, klar. Aber es war zu einem Zeitpunkt, der nachvollziehbarer war. Genau. Jetzt haben wir die Situation, dass wir einen kompletten Kaderumbruch haben. Ja, der gerade damit beschäftigt ist, nicht abzusteigen. Wir haben einen Trainer, der dieses Ziel durchschnittlich über die Saison bis dahin komplett erfüllt hat. Und dann sagen wir aber, komm, ja, wir packen das jetzt auch noch an und wechseln jetzt auch noch den Trainer aus und spielen dann Europa League. Da haben bestimmt auch persönliche Differenzen mit reingespielt, da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht nur sportliche Gründe hat. Aber ich meinte vor allem auch den Fehler, dass man, wenn man sagt, wie du ja auch richtig gemeint hast, Puma, gerade. Wenn man sagt, ich entlasse jetzt hier jemanden, der einen soliden Job gemacht hat. Vielleicht nicht schön, aber der hätte uns in der ersten Liga gehalten, so in beiden Saisons, so. Und dass man dann den Fehler zweimal begeht und dann keinen Trainer holt, der das dann auch wirklich kann, wo auch eine Überzeugung da ist, auch rundherum, dass er es kann. Das war weder bei Ante Czovic so, wo alle noch gesagt haben, ey, gib dem mal eine Chance und so. Aber auch viele gesagt haben, puh, das ist auch ein kleiner Hitzkopf und so und schwierig und vielleicht ist er noch nicht erfahren genug so. Und bei Taifun Korkut war es ja genau dasselbe. Der hat ja auch, sagen wir mal, das war ja von Anfang an, haben wir ja auch gesagt, wir sind kritisch, wir wollen ihm mal die Chance geben, weil vielleicht hat er sich ja auch weiterentwickelt. Die Chance muss er bekommen. Aber sorry, nee. Nein, und man muss ja sagen, also, das haben wir öfter schon im Podcast erwähnt, aber als Fredi Bovic Pal Dada entlassen hat, hat er eine Wette angetreten. Nämlich die Wette, dass der Kader besser ist, als das es bisher gezeigte. Und diese Wette hat er krachend verloren. Das war eine krachende Fehleinschätzung. Wenn man sich anguckt, was direkt vor Pal Dada passiert ist mit dem Kader, wenn man sich anguckt, was dann direkt jetzt nach Dada passiert ist mit Korkut, muss man fast sagen, dass Dada aus diesem völlig schief zusammengestellten, dysfunktionalen Kader ohne Hierarchie, ohne Achse, ohne Führungsspieler ja fast schon das Maximum rausgeholt hat. Und wie Lukas gesagt hat, vielleicht nicht schön, vielleicht auch mit gewissen Einbrüchen. Aber die Mannschaft hat unter Pal Dada immer geantwortet auf diese Einbrüche. Also man hatte dann dieses Spiel gegen Bayern oder gegen Leipzig, dieses 0 zu 5, dieses 0 zu 6. Anscheinend steckt das aber in dieser Mannschaft, die so völlig, ja, konfus ist, einfach drin. Aber man hat beispielsweise nach diesem Spiel ein knappes Spiel gegen Freiburg gehabt und dann hat man gegen Frankfurt gewonnen und gegen Gladbach gewonnen. Ich wollte gerade sagen, also man muss auch unterscheiden. Also die Spiele gegen Leipzig und Bayern, da war die Mannschaft sehr, sehr neu zusammengestellt. Das kann man jetzt in der Rückrunde halt nicht mehr sagen. Also da muss man auch unterscheiden. Und Dada, wie gesagt, ich habe auch eine Entwicklung gesehen. Die letzten Spiele von Dada, die hat er ja nicht mal verloren. Die hat er unentschieden gespielt. Ja, diese Last-Minute-Ausgleich. Also es war unglücklichen Ausgleich, genau. Also wir waren eigentlich schon an drei Punkten dran. Ja, und heute ist das ja meinelweit davon entfernt, dass wir überhaupt was wollen. Also insofern verstehe ich auch die Meinung nicht, dass wir da keine Entwicklung gehabt hätten, der Mannschaft. Man darf das ja nicht vergessen. Ja, es ist halt dieses, du lernst etwas schätzen, wenn es weg ist. Also damals haben wir auch gesagt, es gibt ja durchaus legitime Kritikpunkte bei Pal Dada, beziehungsweise an Pal Dada. Aber im Nachhinein muss man sagen, waren das keine Kritikpunkte. Das war der Ist-Zustand dieser Mannschaft. Das war der, das war das, was die Mannschaft zum Leisten entstanden gewesen ist. Und Fredi Bobic hat in dieser Mannschaft mehr gesehen. Und das war eine klare Fehleinschätzung. Und dieser Fehleinschätzung rennt Fredi Bobic seitdem hinterher. Du kannst, also auch da, wenn du diese Entscheidung triffst, Pal Dada, gehen zu lassen, dann kann die Antwort nicht Typhon Korkut gewesen sein. Ja, das sehe ich auch so. Und dem rennt er jetzt seitdem hinterher. Es sind weitere Fehleinschätzungen dazu gekommen, beispielsweise auch im Winter. Die Wintertransferperiode endete ja nicht mit dem Dortmund-Spiel, wo man hätte sagen können, ja, da waren alle ein bisschen geblendet. Sondern die gingen ja weit in den Januar rein, wo auch schon die ganzen Spiele gegen Köln und so verloren wurden und man sehr schlecht auch sah. Und die Baustellen klar waren. Hat man vier Spieler geholt. Drei davon Perspektivspieler. Und der andere, der zur Forthilfe gelten soll, Marc-Oliver Kempf, ist bislang mehr Hypothek als Verstärkung. Auch da Fehleinschätzungen. Zudem hat man auch da wieder Spiele abgegeben, ja. Ja, mit Piontek beispielsweise, ne, oder. Na gut, da hat man natürlich sich auch finanziell, glaube ich, ein bisschen sondieren wollen. Also ich glaube, die werden halt einfach arschvieh verdient haben. Ja, naja, Torner Rieger weiß ich jetzt nicht. Aber Piontek sicherlich. Den Piontek-Deal, den würde ich auch nach wie vor, das verstehe ich. Aber du hast die Mannschaft auch im Winter nicht verbessert. Das wollte ich damit sagen. Und es ist... Es ist schon krass, dass die Situation, die du jetzt hast, ne, so eine zersplitterte und bis ins Markt verunsicherte Mannschaft, ohne Führungsspieler, das wäre eigentlich genau die richtige Mannschaft für einen Pal Dardai. Der ihren dann fußballerisch einfachen Plan an die Hand geben kann und auch einfach ein bisschen menschliche Wärme. Weil Typhon Korkut hat irgendwie nichts ausgestrahlt. Weder war er der harte Hund, ne, der die Mannschaft jetzt vielleicht auch wie Felix Magath da einfach anders anpackt. Noch war er eben jemand wie Pal Dardai, der mit den Spielern auch eine wirkliche Verbindung aufbauen konnte. Ich hatte in der gesamten Zeit jetzt nie das Gefühl, dass sich Trainer und Mannschaft sonderlich schätzen. Also Spieler, die noch irgendwie das Potenzial gehabt hätten, der Teil einer Achse zu sein oder der Mannschaft etwas zu geben, was sie vorher nicht hatten, wurden nach und nach von Korkut demontiert. Und andere Spieler hat er nicht... Typhon Korkut hat keinen Spieler dieses Kaders besser gemacht. Ja. Ne, im Gegenteil. Würde ich auch sagen. Doch, Tuzar. Aber sonst... Ja, ja, gut. Ob das noch Typhon Korkuts Handschrift war, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat sich in den letzten zwei Spielen einfach gedacht, ich hau nochmal alles raus. Aber sei es drum. Es ist der absolute Super-GAU und er ist eben geflastert mit Fehlentscheidungen von Friedi Bobic. Und diesen Fehlentscheidungen müsste er sich stellen. Dass er jetzt gerade natürlich auch versucht, einen breiten Rücken zu haben. und nach vorne zu gehen. Das ist, ob der Situation wahrscheinlich sogar das Richtige. Ja, absolut. Er will jetzt noch ein Ziel führen, wenn er sich hinstellt und sagt, ey, tut mir voll leid, darum geht's gar nicht. Nee. Aber am Ende der Saison, egal ob nicht abgestiegen wird oder abgestiegen wird, muss schon eine Abrechnung mit den Entscheidungen gefällt werden und dementsprechend anders gehandelt werden. Also es braucht eine Reaktion auf dieses Ja. Denn das ist komplett in die Binsen gegangen. Das ist auch mittlerweile fast egal, wie in der Saison Endspurt aussieht. Selbst wenn man die Klasse hält, ist das keine erfolgreiche Saison gewesen. Im Gegenteil, sie ist ja fast noch, ja, sie ist eigentlich noch schlimmer als die letzte gewesen. Und das ist eigentlich kaum vorstellbar gewesen. Aber dann lasst uns doch mal drauf gucken, was jetzt Bubic entschieden hat. Und zwar hat er jetzt einen neuen Trainer zu Hertha BSC gelotst. Und das ist dann doch auch eine Überraschung gewesen. Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und zwar Felix Magath wird neuer Cheftrainer oder ist jetzt neuer Cheftrainer bei Hertha BSC und wird dann auch am Spieltag gegen Hoffenheim auf der Bank sitzen. Es gab heute auch schon am Montag die Pressekonferenz um 13 Uhr. Wir hatten auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass es ein bisschen komisch war. Vor allem die Mannschaft, und das wollte ich jetzt auch nochmal ganz explizit sagen, das finde ich so seltsam, diese Entscheidung auch von Bubic, der Mannschaft am Sonntag zu sagen, ey, der Trainer geht übrigens und wird ein neuer kommen. Guckt mal auf eure Handys, ihr werdet es schon erfahren. Was ist denn das für ein, also sorry, aber was ist denn das für eine Art und Weise? In keinem Unternehmen läuft es so. In einem Unternehmen werden, also in einem gut geführten Unternehmen, werden immer erst die MitarbeiterInnen informiert, was passiert. Und dann die Presse und nicht umgekehrt. Und sicherlich nicht so, dass irgendwer irgendwas aus der Presse erfahren muss. Vor allen Dingen nicht die Spieler, die bis zum Saisonende mit diesem Trainer den Abstieg verhindern müssen. Was ist denn da los? Da ist ein Geschäftsführersport mit seiner Mannschaft, von seiner Mannschaft völlig entnervt, glaube ich. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Anders weiß ich nicht, wie ich das lesen soll. Also, ich, du, man ist bei Hertha wirklich am Ende des Lateins. Ich war ja in den letzten Tagen auch viel irgendwie, weiß ich nicht, Sportreiche Deutschland, Sky und so. Und dann werden natürlich viele Fragen in die Richtung gestellt, warum oder, ne, und man soll erklären. Und bei Hertha kann man nichts mehr erklären. Das ist, du kannst auch darlegen, wie die Entwicklung gewesen ist oder so. Aber warum gewisse Dinge passieren, da steigt man einfach nicht mehr hinter. Und das ist schon krass. Das ist wirklich ganz, 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 ganz seltsam. Also, diese Entscheidung finde ich ganz, ganz seltsam. Aber lass uns mal über die Pressekonferenz sprechen. Marc, wie hast du denn Margat wahrgenommen? Erst mal so, was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht? War das der Margat, den man so von früher kennt? Wie hat er so auf dich gewirkt? Ja. Ja, kann man schon sagen. Also, war jetzt nicht so, dass da ein seniler alter Mann saß, der die Namen seiner Spieler nicht mehr kennt. Wobei, da wurde, angehend wurde er noch nicht geprüft. Hoffen wir wirklich sehr, dass er nicht den Christian groß macht. Aber, nein, also, der Auftritt in der Pressekonferenz, der war durchaus positiv. Er wurde mir von manchen Seiten wieder zu positiv gemacht. Also, viele schöpften da eine Hoffnung, wo ich mir dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist vielleicht auch einfach nur, weil es ein neues Gesicht ist und man das noch nicht mit vielen negativen Momenten verbindet. Das reicht schon bei Hertha Fens mittlerweile. Ich fand sie in Ordnung, die Pressekonferenz. Er hat einen selbstbewussten Eindruck gemacht. Hat aber auch einen selbstironischen Eindruck gemacht. Also, hat mit so einem relativ trockenen Humor teilweise Dinge kommentiert. War sich bewusst, wie er auch gesehen wird in der Öffentlichkeit. Und dahingehend war er relativ klar, es waren natürlich auch sehr viele Phrasen dabei. Ich glaube, auch das kommt daher, dass er diese Mannschaft noch nicht kennengelernt hat und er teilweise eben drumherum schiffen musste, um am Ende den Satz zu sagen, muss ich mir noch anschauen. Also, das wird dementsprechend auch noch ein paar Tage dauern, bis er überhaupt ein Gefühl für diese Mannschaft entwickelt hat. Zwischendurch war es ein bisschen komisch, als er meinte, er müsste die Spieler auch mal riechen. Mal sehen, wie das Gespräch wird. Aber, nee, im Ernst, es war ein ordentlicher Auftritt. Alles Weitere, also auch da sind Herder-Fans ja mittlerweile, glaube ich, geschult. Worte und Auftreten sind das eine, was auf dem Feld passiert, wirklich was ganz anderes. Und da muss geliefert werden. Und da, ich greife mal vor, sind meine Hoffnungen am Siedelpunkt. Ja, Puma, wie ging es dir damit, also auch, als du die Entscheidung dann mitbekommen hast? Moment, Siedelpunkt ist, ganz kurz, ich denke gerade laut drüber nach, Siedelpunkt ist doch kurz bevor es kocht, oder? Genau. Ja, das ist ja dann Quatsch. Denn es sind meine Hoffnungen am Nullpunkt. Ich koche auch gerne mal, wenn es um Herder geht. Na, Gefrierpunkt, machen wir es so rum. Puma, wie ging es dir mit der Entscheidung auch dann für Felix Magath? Weil der Mann ist ja jetzt auch schon eine Weile raus, als Trainer zumindest. Der hat zuletzt in der chinesischen Liga trainiert. Da hat er wohl auch einen abstiegsgefährdeten Verein, SD Luneng oder so, keine Ahnung, 2017 auch vor dem Abstieg bewahrt. Davor war er ja noch bei Fulham. Ist da auch, glaube ich, eher gescheitert. Da ist er abgestiegen, ja. Ja, wie hast du die Entscheidung so aufgenommen? Was hast du dir gedacht, als du es gehört hast? Ja, ich habe einen Moment gebraucht, um das für mich einzuordnen, weil der Name Magath für mich relativ überraschend kam. Aufgrund der fehlenden Alternativen, aber irgendwie doch realistisch klingt. Und gut, man hat verbindet, oder ich verbinde mit Magath die tollen Jahre mit Wolfsburg oder Bayern. Ist oft deutscher Meister geworden. Vor allem eben mit Wolfsburg diese Überraschungsmeisterschaft, wo die einfach nur geilen Fußball gespielt haben auch. Auf der anderen Seite eben auch veraltete Trainingsmethoden, die man mit ihm verbindet, eben die Medizinbälle. Von seiner Person her hat er auf der Pressekonferenz in meinen Augen gut gewirkt, hat das Beste draus gemacht. Aber eben diese ganzen Umstände, die ja anscheinend Themen, die mit Bobic nicht besprochen worden sind oder die Kommunikation mit der Mannschaft, das wirkte alles sehr unförmig und dadurch wieder mal unstimmig, was man ja bei Hertha gewohnt ist. Aber das hat mir persönlich keine große Hoffnung gemacht. Zumal wir ja hier oder ihr auch im Podcast immer wieder sagt, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation. Man muss irgendwas ändern. Dann wird aber gesagt, sollen wir den freien Montag erstmal behalten? Wir wollen hier nicht allzu viel ändern. Das verstehe ich halt nicht. Also da muss man eben sagen, okay, ist eine Ausnahmesituation, auch wenn das jetzt sieben Uhr morgens ist. Wir rufen jetzt das Team erstmal zusammen, treffen uns irgendwie im Trainingsgelände und besprechen dann intern erstmal alles Weitere. Weil die Pressekonferenz, die war um 13 Uhr. Ich glaube bis dahin, ich weiß nicht, was die den ganzen Vormittag gemacht haben. Aber das wirkt halt alles so sehr, ja, nicht gerade zielstrebig und nicht zielführend. Im Endeffekt, wie gesagt, Magath hat mich sehr stark an oder diese Trainerverpflichtung hat mich sehr stark an die Abstiegssaison erinnert, als wir Otto Rehagel verpflichtet haben. Der kam auch als großer Name, war dreimal deutscher Meister, hat dreimal den EFB-Pokal gewonnen, hat mit Griechenland die Europameisterschaft gewonnen. Und ja, eben der Name steht für sich. Im Endeffekt wissen wir alle, wo das hingeführt hat. Felix Magath meinte auf der Pressekonferenz, er hat sich angepasst. Er ist reflektiert darüber, wie seine Trainingsmethoden sind, beziehungsweise hat gelernt, die auch flexibel anzupassen. Ob dem so ist, wird man sehen. Insofern, ich gebe ihm natürlich eine Chance, genauso wie wir Korkut eine Chance gegeben haben. Richtig glücklich macht mich die Verpflichtung nicht, aber mangels Alternativen ist das schon in Ordnung, in meinen Augen. Ja, also da kann ich sehr viel das irgendwie von bestätigen. Also für mich, als ich das jetzt gehört habe, dachte ich auch erst mal so, boah, ey, die wollen mich einfach nur triezen bei diesem Verein. Die wollen mich einfach nur triezen. Aber dann muss man ja wirklich mal weiterdenken und sagen, okay, wer hätte es denn gemacht von den Trainern, die gerade da sind? Und zu welchem Trainer hätte man gesagt, ja, geil, super Entscheidung. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige. Und wenn man dann auf einen kommt, wo man sagt, ja, das wäre eine coole Lösung gewesen, dann, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass der sich das angetan hätte. So ein Felix Magath hat jetzt dadurch auch nichts mehr zu verlieren, genauso wie ein Rehagel dadurch nichts mehr zu verlieren hatte. Also, und dazu kommt ja auch noch, wir haben ja auch immer wieder gesagt, du musst jetzt irgendwas grundlegend ändern. Und ich glaube, dass ein Felix Magath eine sehr starke Veränderung herbeiführen wird, was jetzt die Abläufe oder was einfach das Gefühl vom Training und so angeht. Ich glaube, das wird schon ein Einschnitt sein für die Mannschaft. Dennoch glaube ich nicht, dass er das hinkriegt. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er es jetzt schafft, mit dieser Mannschaft den Abstieg zu verhindern, egal wie gut er noch sein mag. Marc, wie siehst du das? Welche Knöpfe muss der jetzt drücken, dass es schnell besser wird? Ja, Knöpfe bei Hertha, ja. Auch da ist man ja fast schon ratlos. Haben ja ein paar Trainer schon versucht. Nein, also, ich muss sagen, ich verstehe die Idee hinter Felix Magath. Klassischen Feuerwehrmann holend, viel Erfahrung. Jemand, der sofort funktioniert und nicht erst eine komplexe spielerische Idee implementieren muss, weil dafür ist einfach nicht mehr die Zeit. Ich verstehe aber die Wahl bezüglich Felix Magath nicht so ganz, weil er seit zehn Jahren raus ist. Er ist seit zehn Jahren raus. Seine letzten Stationen, haben wir schon gesagt, der war in China. Naja, das Fullhelm-Ding wurde auch irgendwie Regiment des Wahnsinns genannt von Leuten, die dort da waren. Da ist alles in die Binsen gegangen und auch seine zweite Station bei Wolfsburg war nun ja. Plus, der war ja auch Geschäftsführer, der war ja auch Geschäftsführer oder was heißt Geschäftsführer? Der war Global Director. Global Director von den Würzburger Kickers und dann Mira Wacker. Auch da hat nichts funktioniert. Und danach ist er eigentlich nur noch in Doppelpass-Auftritten oder so aufgefallen. Eben mit den typischen Phrasen, über die wir uns sonst sehr aufregen, weil sie sehr veraltet wirken, weil sie sehr plakativ sind. Wie gesagt, er hat jetzt einen anderen Auftritt gehabt auf der Pressekonferenz, aber trotzdem bleibt das alles bei mir so hängen, dass ich das, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Er hat jetzt ja auch einen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen oder hat ihn sich selber dazugeholt. Mark Fotheringham, erstmal ein guter Name. Schotte, 38, war zuletzt Co-Trainer bei Ingolstadt unter Thomas Oral. Sorry, das ist jetzt auch nichts, wo ich mir denke, ah, da kommt jetzt die spielerische Note her oder so. Ich will ihn nicht blind bewerten, aber all das muss ich wirklich sagen, ich habe keine Hoffnung mehr dafür. Ich habe keine Hoffnung mehr dafür. Es ist klar, dass Magath eben jetzt nicht mit den Medizinbällen kommt, weil er wird jetzt kein extrem intensives Training mehr fahren, weil es muss er jetzt nicht, also in acht Spielen wird jetzt keine Ausdauer mehr aufgebaut oder ähnliches. Das ist Quatsch. Also das ist jetzt alles ganz doll lustig, haha, aber das wird ja nicht passieren. Plus Felix Magath hat letzt, relativ letztens, ich glaube letztes Jahr noch behauptet, Taktik sei jetzt auch nicht so wichtig. Er hat manchmal seine Mannschaften wohl völlig ohne Taktik aufs Feld gestellt und hat trotzdem gewonnen. Deswegen findet er das als heutzutage alles überhöht. Viel Taktik ist also auch nicht zu erwarten. Ähm, und dementsprechend wird es nur um den Kopf gehen. Es wird nur darum gehen, in den Kopf der Spieler zu kommen, den Schlendrian rauszubekommen, eine Einheit zu bilden. Das ist die Aufgabe von Felix Magath. Ob er dafür der Richtige ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich persönlich hätte jemanden wie Friedhelm Funkel deutlich besser verstanden, weil der immerhin noch letztes Jahr in der Bundesliga tätig war, hat ja Köln da auch zum Klassenerhalt geführt, wenn auch knapp. Hat davor bei Düsseldorf auch relativ lange ja noch gearbeitet. Und nur mal als Vergleich, wie lange Magath aus der Bundesliga raus ist. Ich lese euch mal seine letzte Bundesliga-Aufstellung vor. Datum 20. Oktober 2012. Alter. Im Sturm, Doppelspitze. Übrigens, das schöne 4-4-2, wer weiß. Ähm, Bas Dost, Ivica Olic. Geil. Na? Auf den Außen, Vierinja und Hasani. Hasani kenne ich nicht mal, aber gut, Vierinja kennt man noch. Auf der Doppel-6, Knoche und Kahlenberg. Vierer-Kette, Riccardo Rodriguez auf links, Pogatetz, Naldo, Fagner und im Tor Benaglio. Eingewechselt wurden übrigens Marcel Schäfer, Christian Tresch und Srdan Lackic. Wahnsinn. Geile Mannschaft. Ja. Ähm, geile Mannschaft. Das weckt wieder Gefühle. So ist es nicht, aber das zeigt, wie lange er eben raus ist und ich hab die Angst, dass dann doch dieser Christian-Groß-Effekt eintritt, dass der Trainer völlig überwältigt davon ist, was mittlerweile in der Bundesliga gespielt wird. Aber ja, es wird darum gehen, um die Köpfe zu kommen, dadurch halt wieder den Kopf frei zu machen, damit die Spieler ihre individuelle Qualität wenigstens aufs Feld schicken. Wenn Belfodil, Jovetic, Serdang, Richter beispielsweise das hinbekommen. Wer weiß. Und wenn die Abwehr ein bisschen mehr miteinander kommuniziert, wer weiß. Aber ey, sorry, es tut mir leid. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass Hertha auch unter Magath nichts mehr zustande bekommt und völlig verdient absteigen wird. Es tut mir leid. Also Marc, ich bin voll bei dir und bin auch der Meinung, dass wir leider runtergehen. Einfach weil alle anderen Mannschaften den Tick besser sind als wir. Trotzdem bleibt halt so ein bisschen Hoffnung, wenn man einfach so an Spiele aus der Hinrunde wie zum Beispiel gegen Dortmund denkt. Ja, das war ein Ausnahmespiel und da kommt vieles zusammen. Aber das Potenzial ist halt theoretisch irgendwo da. Und daran halte ich mich einfach fest. Wenn jetzt ein Trainer kommt, der es schafft, die Köpfe einigermaßen frei zu bekommen, dass man das irgendwie abruft. Und ja, acht Punkte holt. Vielleicht reichen die schon. Keine Ahnung. Ja, das ist aber auch wirklich das, also das ist das Einzige, was man machen kann. Diese Hoffnung ist das Einzige. Und das ist ja auch das, was Marc aus meiner Sicht auch richtig gesagt hat. Ist auch das Einzige, was Magath machen kann. Der kann jetzt niemanden mehr schleifen oder quälen oder so. Das wird alles nichts bringen. Das ist viel zu spät bei acht Spielen nur noch. Du hast keine Zeit, irgendwie jetzt groß was anzupassen. Es wird jetzt einfach nur darum gehen, irgendwie im Team so einen Teamgeist wieder aufleben zu lassen. Irgendwie so denen zu sagen, ey Leute, ihr glaubt, alle anderen glauben, ihr werdet auf jeden Fall absteigen. Wir müssen jetzt zeigen, dass es nicht so ist und solche Sachen. Also das kann jetzt noch funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Abstieg mehr oder weniger besiegelt. Dafür hat man einfach zu spät gehandelt aus meiner Sicht. Also Bobic hätte früher, ich meine, im Nachhinein lässt sich immer gut sagen, ja, ja, das war alles falsch. Aber sorry, das hat man schon so früh erkennen können, dass das irgendwie nicht gut geht. Und da bleibe ich dabei, da hat Bobic einfach zu spät die Reißleine gezogen. Und ja, ich glaube auch, dass Magath jetzt die Personalie war, die aktuell wahrscheinlich alternativlos ist. Weil du kriegst vielleicht auch keinen anderen. Bobic hat ja auch gesagt, er hat sich schon unter der Woche vor Gladbach mit Magath besprochen. Also es ist auch nicht so, dass Bobic nicht schon da nach jemandem gesucht hätte. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch schon davor andere Leute haben, die ihm dann aber auch abgesagt haben. Und hat sich auch vielleicht einfach zu spät darum gekümmert. Keine Ahnung, weil dieses Spiel für Korkut noch zu geben, war ja auch ein Himmelfahrtskommando. Das wusste man ja auch vorher, dass das nicht klappt. Also da ist ganz, ganz, ganz viel schief gelaufen und erlaubt mir bitte eine persönliche Einschätzung, weil ihr es ja auch gerade schon gemacht habt mit, der hat der BSC wird absteigen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das einfach der Fall sein wird und dass dieser Verein aus meiner Sicht nicht mehr zu retten ist in der ersten Liga. Und wenn wir absteigen werden, dann wird diese Mannschaft komplett von Null nochmal aufgebaut. Dann meinetwegen ist es auch Bobic, der dann nochmal nur noch ein Grundgerüst vielleicht an Spielern hat, aber es wird sich sehr viel auflösen. Die Gehaltsgefüge wird sich ändern. Ja, man braucht vielleicht auch, also das, was ich mir so wünsche, ist, dass Hertha dann irgendwie wieder so wie so eine Art sexy wird. Weißt du, also in der Liga 2 bist du dann auf einmal wieder wer. In der Liga 1, selbst wenn wir es jetzt schaffen, die Klasse zu halten, das Trauerspiel geht einfach nur weiter, dann kommt wieder Lars Winthorst, der setzt sich hin. Geil, jetzt haben wir die Klasse gehalten, let's go Champions League. Dann werden wieder irgendwelche Spieler gekauft, die irgendwie Ambitionen haben aus dem Ausland, die es aber dann irgendwie nicht schaffen, in der ersten Saison gleich irgendwie ihre Leistung abzurufen oder aufs deutsche Erstliganiveau zu kommen. Es geht immer nur wieder weiter. Das Trauerspiel hört nicht auf. Das ist leider einfach so. Und deswegen glaube ich, dass das Beste, ich weiß nicht, ich will es fast gar nicht aussprechen, aber ich glaube, es wäre tatsächlich echt das Beste, wenn Hertha mal runter geht und wenn Hertha sich da mal irgendwie neu aufstellt. Und klar, der Wiederaufstieg wird dann sicherlich nicht zu machen sein. Gar keine Frage. Und ja, vielleicht, wenn man richtig scheiße arbeitet, dann wird man auch durchgereicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Verein in irgendeiner Art und Weise gesund kriegt in der ersten Liga. Das wird nicht passieren. Also so oder so muss dazu ganz, ganz viel passieren. Vor allem, dass er ja nicht nur gesund wird, sondern irgendwie wieder ein Verein wird, wo wir sagen können, das ist der Verein, von dem wir Fan sind. Also ich habe das Spiel am Samstag mit einem Kumpel zusammen geguckt und irgendwann kam meine Freundin nach Hause und schaut uns an und fragt uns, warum wir überhaupt von diesem Verein Fan sind. Und da muss ich erst mal wirklich drüber nachdenken, was es für mich bedeutet, ein Fan zu sein und warum Hertha, ja. Und das sind eben, ja, Überbleibsel aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt, aber die Hertha irgendwie immer ausgemacht hat. Das hat angefangen mit Preetz und Marcelinho, hatte danach geile Spieler wie Voronin, Pantelic, Simonic, Dardai, Neuendorf, alle mit Hertha-DNA und danach eben diese junge Generation mit Boateng, Patrick Ebert, Dejaga, ja. Und irgendwann ist das aber immer so ein Stück weiter zurückgegangen. Dann hatten wir wenigstens noch Dardai als Trainer, letztes Jahr dann wieder Friedrich dabei, der uns geholfen hat, den Abstieg zu verhindern. Aber jetzt gerade ist davon ganz, ganz wenig da. Also der Kader, da ist kaum ein Spieler, wo ich sage, okay, das ist ein Spieler, mit dem ich mich identifiziere. Das Einzige, was im Moment da ist, sind die Fans, die sich nicht geändert haben seitdem. Es ist natürlich dein, also natürlich kannst du mit den Spielern dich auch kaum identifizieren, weil du keine gemeinsamen Erfolgserlebnisse hattest. Das ist der absolute Kleber. Du hättest dich auch mit einem Bassstück nicht identifizieren können, wenn der nicht in einer Mannschaft gewesen wäre, die funktioniert und wo auch er glänzen kann. Also das ist natürlich etwas, was sich immer auch gegenseitig bedingt. Also das ist ja auch in der Mannschaft so. Du kannst als Mannschaft nur zusammenwachsen, wenn du gemeinsame Erfolgserlebnisse hast, wenn du positive Dinge mit deinen Mitspielern verbindest, wenn dir ein Selbstverständnis zusammenentwickelt. Nur darüber funktioniert es. Das ist so einfach wie auch blöd, weil Hertha dieser Volksserlebnisse ja nicht bekommt. Aber genau das ist es doch. Wie startet ein Lauf? Naja, indem man irgendein Spiel gewinnt und dann funktioniert es halt. Also beispielsweise Mainz, die standen am Abgrund und die haben mit Bruce Swenson einfach einen fantastischen Trainer gewonnen, der ein Momentum kreieren konnte. Und von dem leben die heute immer noch. Ich sage nicht, dass es mit einer Liga-Lage brechen, die ja offensichtlich nicht mehr ein, aber das verhärtet sich ja irgendwann. Das ist das Fundament. Aus Selbstverständnis wird auch dann irgendwann Qualität, weil die können ja alle kicken, sonst wären die keine Profifußballer. Daran scheitert es ja nicht. Das ist ja bei Hertha mittlerweile komplett im Kopf angekommen. Da hat auch Thomas Bräuch übrigens bei Hertha TV drüber geredet. Übrigens würde ich euch allen sehr ans Herz legen. sagen, so ein angenehmer Gesprächspartner, so aufgeräumt, so clever, so eloquent. Gebt euch das. Sind wir nicht Trainer? Und dann, nee, der ist Leiter, na was ist denn der? Leiter Jugendakademie. Leiter Methodik. Naja. Naja, der arbeitet gerade in der Jugendakademie und soll dann halt in den Jugendjahrgängen quasi so eine übergreifende Position haben. Schade. Ähm, aber ja, gebt euch das gerne mal. Aber der ist ja auch lange Profi gewesen und spricht auch davon, dass er ja sieht, was da passiert und dass das einfach so krass in den Köpfen verhärtet ist und zusätzlich ist es natürlich so, dass auch Corona dazu geführt hat, dass dieses Verhältnis zwischen Fans und Verein oder Mannschaft total erkaltet ist. gewisses Spieler, Matteo Genduzi, der hat nicht einmal vor Hertha-Fans gespielt. Wie soll da, wie soll da eine Verbindung entstehen? Wie soll da eine Identifikation bestehen? Das Einzige, was gerade passiert ist, und jetzt kommen langsam Fans und die ärgern sich natürlich nur noch über die Versager, die da auf dem Feld stehen jetzt. Also, ich sag nicht, dass es Versager sind, aber das ist ja manchmal die Gefühlslage. Also, natürlich kannst du kein Fan dieser Mannschaft sein. Wie soll das gehen? Du siehst sie ja jede Woche verlieren, du siehst sie die Köpfe runtergehen. Das merkt man doch auch, ob man bei einem Tor mitgeht oder nicht. Gegen Wolfsburg, äh, Wolfsburg sag ich schon, gegen Dortmund, sind alle Leute mitgegangen, weil die gemerkt haben, ah, da steht irgendwie eine Mannschaft auf dem Feld, die strahlt was aus, die hat Leidenschaft, aber teilweise schießt Hertha ein Tor, auch gegen Union im Pokal, könnte nochmal rankommen und es regt sich in einem absolut gar nichts mehr, weil du merkst, dass diese Mannschaft eigentlich nicht lebt und dass dieses eine Tor daran nichts verändert. Jaja, aber wir waren jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt von Erfolg verwöhnt und trotzdem hatte ich durch eben zum Beispiel einen Dardai oder einen Pretz, auch wenn der viel schlecht gemacht hat, aber trotzdem waren das Personen, die ich irgendwo für mich noch, die für mich wichtig war noch irgendwie, ja, als Fan. Und jetzt gerade werden aber diese Personen auch Stück für Stück gegangen. Und dann ist die Frage, was da noch übrig bleibt, ne? Also, wenn jetzt Arne Friedrich auch weggeht und das, das, das hatte ich, glaube ich, in meiner ersten Podcast-Folge auch so ähnlich gesagt. Wenn all diese Menschen weggehen, die noch irgendwie ein Stück von dem hatten, was für einen wichtig war, dann wird es mir langsam auch irgendwie egal. Und das ist halt extrem schade, ne? Also, wenn Hertha... Ja, weil er halt nicht nachkommt, das ist das Problem. Genau, eben. Also, ne? Also, das Problem ist ja weniger, dass Leute gehen, weil das wird immer passieren. Ja, das Problem ist, dass aufgrund der Krise nichts mehr nachkommt an Identifikation. Ja, und das ist ja, und das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, dass das auch zunehmend schwieriger wird für Hertha WSC in der ersten Liga. Vor allen Dingen, weil du dich einfach schon, du bist so tief unten drin, schon letzte Saison gewesen. Und ich glaube, dass das nicht besser wird. Also, noch eine Sache zu dem, zu der Verbindung zu den Spielern. Die werden ja auch immer profilloser. Also, das hat natürlich auch was mit der Professionalisierung zu tun, ne? Die posten alle denselben Shit nach dem Spiel. Es sind immer dieselben Phrasen in Interviews. Da ist ja kaum jemand dabei, den du irgendwie mal erlebst. Man ist ja schon mal froh, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen persönliche Einblicke gibt. Aber auch da ist es ja alles möglichst geskriptet. So, es ist ja nie irgendwie, also alle Leute finden Max Kruse so geil, weil er irgendwie nachts im Online-Casino Shisha rauchend da irgendwie rumlabert. Oh, Lukas. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Vorsicht. Ich weiß, ich weiß. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ja, also, das ist ja auch klar. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Skandalspieler sein, um jetzt zu sagen, dass der so, also wenn ich an Lustenberger denke. Ich glaube, der hat sich, der war jetzt nicht super erfolgreich bei uns, würde ich sagen. Aber den hat jeder geliebt, weil der einfach immer da war, wenn man ihn brauchte. Genauso wie das Geldbrett, ja. Und das waren jetzt auch keine Spieler, wo ich gesagt hätte, die geben jetzt irgendwie tolle Interviews oder sowas. Ja, doch, die waren schon lustig. Ja, aber halt jetzt nicht, die waren jetzt nicht so extravagant oder so, das meine ich. Nö, nee, aber das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine auch gar nicht, dass ich Skandalspieler sein soll oder so, sondern ich, einfach nahbare, nahbare Typen. Und Suat Serdar, sorry, der ist ein super Kicker, ne. Und der hat jetzt wahrscheinlich auch viel Scheiße erlebt und so. Aber der ist doch, also sorry, aber selbst in einer guten Mannschaft ist doch kein nahbarer Typ oder so. Also, nee. Jürgen Eckelin, keine Ahnung. Also, genau, ja. Ich weiß nicht. Das ist schwierig. Also, ja. Aber das ist ja, das ist ja einer der großen Probleme dieser Mannschaft, ne. Also, Spieler, mit denen du dich identifizieren kannst und so, das sind ja meistens dann auch Spieler, die in der Mannschaft eine gewisse Führungsrolle haben. So. Und die gibt es nun mal nicht. Also, das führt ja wieder in diese Debatte über. Das ist korrekt. Ähm. Tja. Tja. Wie machen wir jetzt? Wie machen wir jetzt weiter? Nein, aber, also, aber ihr versteht meinen Punkt, oder? Diese, diese Sache. Ich, natürlich will ich nicht, dass Hertha BSC absteckt. Ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen. Aber ich glaube halt, dass es ein, ein ewiges, ein ewiger Kreislauf sein wird. Ja. Ähm. Wenn, wenn da nicht irgendwas mal durchbrochen wird, so. Ich verstehe deinen Punkt, aber dann muss bitte auch meiner Meinung nach Bobic gehen. So, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was passiert denn mit Freddy Bobic, wenn dieses, äh, Kommando Magath jetzt hier nicht klappt? Ich glaube, er bleibt. Also, im Kicker stand ja jetzt, dass, äh, sein Vertrag auch für die zweite Liga galt. Das war ja bislang immer so komisches Thema, ne, was nie so ganz klar beantwortet wurde. Aber, ähm, er hat, äh, einen Vertrag für die zweite Liga. Es heißt auch, auch da beziehe ich mich auf den Kicker-Artikel, dass er jetzt nicht Reise ausnehmen würde, wenn Hertha absteigt. Ähm, und dass man ihm auch, dass auch Hertha, äh, oder das Präsidium in dem Fall, ähm, ihm weiterhin diese Rolle als Architekt des Neuaufbaus zutraut. Ähm, natürlich hat er, also, hat bei einem Abstieg noch mehr, aber hat er auch jetzt schon unglaublich viel Kredit verspielt. Das ist gar keine Frage. Die, äh, Hoffnungen, die mit seiner Personalie verbunden gewesen sind, sind vollständig erloschen, glaube ich. Ähm, mein Problem ist, dass ich nicht sehe, wer es machen soll. Also, ich finde besonders, also, wenn wir uns das schon bei Trainern fragen, ich finde besonders die Position des sportlichen Verantwortlichen, nenne es Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, was auch immer, Sportvorstand ist ja Bums, ähm, diese Rolle ist sehr, sehr schwer zu bewerten und sie ist sehr, sehr schwer personell zu besetzen. Also, man müsste mir die Person erstmal zeigen, die Fredi Bobic ersetzen soll. Und ich glaube, dass eine Managerrolle auch ein Stück weit von Zeit lebt. Jetzt hat Bobic seinen Anfang wirklich komplett vergeigt. Das ist vollkommen klar. Aber, ich glaube, dass diese Rolle so, so, so komplex ist und so weitgreifend, dass diese Person auch erstmal in diese Rolle auch in neuen Vereinen, trotz einer gewissen Erfahrung, reinwachsen müssen. Und vielleicht auch aus Fehlern dann lernen müssen. Also, Michael Preetz, wir wissen alle, wie seine Anfangszeit gewesen ist mit zwei Abstiegen und so. Und wir wissen auch, wie es geendet ist. Aber eine beste Phase hatte er dann ja, als er dann mit Pal Dardai seinen Trainer gefunden hat, wo man dann in eine Richtung gearbeitet hat. Man hat kluge Kaderentscheidungen getroffen. Man hat mit der Jugend gearbeitet. Das wirkte nachhaltig. Das konnte, das musste sich aber Preetz erstmal raufschaffen. Und Bobic ist natürlich, wie gesagt, erfahrener, aber er ist neu in diesem Verein. Und ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, als dass man mit ihm weitermachen sollte, weil er auch gesehen hat, was eben nicht funktioniert. Und ein neuer Manager, wer funktioniert da auf Anhieb? Ja. Aber ich sag's euch auch. Sorry. Sag gerne, Puma. Ich könnte mir so eine Kombi aus Jens Lehmann und Jürgen Klinsmann vorstellen. Beiden Experten. Kann der Tenor vielleicht auf der nächsten MV vorschlagen. Ja, genau. Nee, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, und ich hatte es ja ganz am Anfang der Folge, und die geht ja jetzt auch schon ein bisschen gesagt, ich will einfach Spaß an Hertha haben. Und wenn das bedeutet, dass wir in der zweiten Liga gegen hoffentlich irgendwann mal wieder Kaiserslautern, gegen Hansa Rostock, gegen Werder Bremen, gegen den HSV, gegen die Schwerke 04, gegen, weiß ich nicht, gegen Magdeburg bald, wenn wir gegen so Mannschaften spielen und mir das einfach Spaß macht, so wie es mir auch die letzten beiden Zweitliga-Jahre Spaß gemacht hat, da bin ich echt okay damit. Da bin ich wirklich okay damit. Und ich, das klingt jetzt alles sehr, sehr fatalistisch und alles so, das hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Und ich hätte mich jetzt schon krass damit abgefunden, dass wir absteigen. Aber ich denke halt auch nur darüber nach, ich habe ja, ich habe ja mal eine Zeit lang in Nürnberg gelebt. Und die mussten das auch, die mussten das auch ganz krass erfahren mit dem Klub, dass sie halt, also ihr glorreicher FCN, der Pokalsieger, bla, 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 dass der einfach mittlerweile eine Zweitligamannschaft ist. Und dass die auch erst mal auf lange Sicht nicht mehr in der ersten Liga teilnehmen werden. Das mussten die auch ganz schmerzvoll erkennen. Und ich weiß nicht, also, keine Ahnung, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie dieser ganz durch und durch verkorkste Verein, wie der es schaffen soll, in der ersten Liga zu bestehen und dass er Spaß macht. Weißt du? Dass dieser Verein einfach mal wieder Spaß macht. Es ist nur so extrem unnötig. Also im Endeffekt gut, Bobic rechtfertigt sich die ganze Zeit damit, dass es eben finanzielle Aspekte hatte, wie er den Kader zusammengestellt hat. Ob das so stimmt? Also ich weiß es nicht. Im Endeffekt ging es da schon aber los, der Kader war ja nicht schlecht von dem Namen her. Dass er zu teuer war, das ist das eine. Aber vielleicht hätte man mit anderen Änderungen den Kader besser ausbalancieren können. Und damit ging es los, dass so unnötige Fehlentschätzungen getroffen worden sind, die uns dahin führen, wo wir sind. Und deswegen, ja, kann sein, dass Bobic bleibt auch in der zweiten Liga. Ich wünsche es mir aber nicht mehr. Weil er so viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, die uns so unnötig in eine schlechte Situation geführt haben, dass ich mir das nicht für die zweite Liga wünsche. Nicht für so einen Neuaufbau, wie du ihn gerade beschreibst, wo man sich wirklich drauf freuen kann. Ja, jetzt greifen wir natürlich schon sehr vor. Es sind ja immer noch acht Spiele so. Mal abwarten. Wir haben jetzt gerade unsere Einschätzung gegeben. Wir glauben, also es wird sehr, sehr schwer, da jetzt noch den Abstieg zu verhindern. Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch wir irgendwie schauen, dass man da, also dass auch die Fans und so da irgendwie weiter dahinter stehen. Das hat ja auch Magath auf der PK gesagt. Wenn da jetzt irgendwie alle nur noch abwinken, dann ist das natürlich doppelt schwierig. Ist ja auch klar. Ja, man muss abwarten. Ich glaube, Bobic müsste man auch die Chance geben, dass wenn er sagt, er will diese, wenn man absteigt, dass man, wenn er sagt, ich will diese Aufgabe annehmen, den Wiederaufstieg zu schaffen, dann muss man ihm das auch gewähren. Das ist ja ganz klar. Ich meine, du würdest ja wieder den nächsten Umbruch riskieren und würdest ja wieder, da würden ja super viele Leute wieder gehen. Na gut, aber einen Umbruch würde es dann so oder so geben müssen. Ja, aber auch wie Marc sagt, du musst ja immer wieder auch einen Ersatz finden für diese Menschen. Und das wird schwierig. Und nicht falsch verstehen. Ich werde auch Samstag wieder bei Hertha sein. Also ich gehe auch ins Olympiastadion und unterstütze sie weiterhin. Aber die Hoffnung ist eben gering. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass es halt nur fair ist, wenn Bobic da auf jeden Fall seine Chance bekommt, wenn er sie haben will. Aber ja, wenn er es dann nicht schafft, dann muss man, oder beziehungsweise, dann muss man gucken, wie es läuft. Und wenn es dann nicht gut läuft, dann muss man eine entsprechende Maßnahme treffen. Gut. Verbleiben wir so. Verbleiben wir so. Wir werden sehen, wie es läuft. Gucken wir uns mal noch den nächsten Gegner an. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen? Ich weiß gar nicht. Wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt im heimischen Olympiastadion gegen Hoffenheim. Und ja, also ich bin weg, beziehungsweise Marc und ich sind weg, sogar zusammen. Richtig. Das bedeutet, wir wollten das Spiel eigentlich nicht sehen. Ich überlege jetzt gerade schon, ob ich das Tablet mitnehme und wir uns irgendwie mal für die 90 Minuten in irgendeine Ecke verziehen und uns das Spiel reinbarren. schon anbietest. Weil ich sage mal so, das ist natürlich... Wir haben lange kein Spiel mehr zusammengeguckt. Tatsächlich. Und es ist natürlich jetzt auch so, dass durch diese neue Trainerpersonalie das jetzt doppelt interessant ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist eine absolute Wundertüte, was jetzt passiert. Keine Ahnung, wird Ibišević jetzt auf in den Sturm gestellt oder who knows? Deswegen fällt es mir ganz schwer, da eine Prognose abzugeben. Ich glaube, es wird jetzt ganz stark darauf ankommen, schafft es Magath in dieser Woche schon irgendwas bei den Spielern zu bewegen oder schafft das nicht? Und ich glaube, dementsprechend werden wir auch eine Leistung gegen Hoffenheim sehen, weil Hoffenheim ja gar nicht so schlecht drauf ist, Marc. Nö, Hoffenheim ist einfach mal gut, muss man wirklich sagen. Die haben letztes Jahr große Probleme gehabt. Das hat aber auch wirklich mit auch europäischem Wettbewerb und wirklich immense Verletzungs- und Corona-Pech zu tun. Dieses Jahr konnten sie sich sammeln, haben keine Leistungsträger soweit abgegeben und spielen einfach wirklich guten Fußball, sind sehr stabil unter Hoeneß. Die haben jetzt seit fünf Spielen nicht verloren und vier Spiele davon waren Siege und das Unentschieden jetzt war gegen Bayern. Wobei man da sagen muss, die hatten ein wahnsinniges Glück. Bayern hatte, glaube ich, einen XG-Wert, einen XG-Wert von vier. Egal. Die haben halt aber nichts getroffen. Ja, Hoffenheim spielt, die sind eine relativ komplette Mannschaft, habe ich das Gefühl. Also die können mit einem Ballbesitz umgehen, weil die spielerisch starke Innenverteidiger haben, die auch gerne mal andere will, weil die gute Achter haben. Die können aber auch wunderbares Umschaltspiel spielen. Was bei denen aber, glaube ich, am fast schon wichtigsten ist, ist der Flügelfokus. Die haben auf links Tattoo-Artist David Raum und rechts spielt dann Schaderabik meistens, aber kann auch mal ein anderer Spieler sein und diesen Fokus haben sie halt. Die ziehen also ihren Gegner immens in die Breite, versuchen immer wieder, das haben sie gegen Hertha im Hinspiel ja auch gemacht, also da haben sie Hertha komplett ausgekontert, dieses sehr kompakte, was man unter Pal Dardai gespielt hat, haben sie dadurch gekontert, dass sie immer wieder auf eine Seite gespielt haben und dann haben sie die schnelle Seitenverlagerung gespielt und Hertha so geknackt, weil auf dem Flügel alles frei war. Das werden sie jetzt nicht anders machen, aber was erzähle ich die ganze Zeit eigentlich? Ich merke das, wie ich das erzähle und das kann auch durchaus interessant sein und dann ist es wieder völlig ohne Wert, weil du nicht weißt, wie Hertha unter jetzt auch Felix Maggert am Wochenende spielen wird. Also es ist dahingehend, ich sage nur, worauf man ein Stück weit aufpassen muss, aber ja, dass gegen Hoffenheim, so wie Hertha sich jetzt zuletzt präsentiert hat vor dem Trainerwechsel, nichts zu holen, ist es klar, ob sich das mit dem Trainerwechsel groß verändert, müssen wir alle abwarten. So ist es. Puma, was ist deine Einschätzung? Ja, ich schließe mich mal komplett an. Also Hoffenheim sehr starke Form aktuell, spielen souveränen Fußball und was wir dem entgegenzusetzen haben werden, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, genau. Ich habe dazu auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe einfach irgendwie, dass es noch klappt, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es leider nicht. Weil, also nur noch mal, um es in Erinnerung zu rufen, danach wartet Bayer Leverkusen auf uns, dann das Derby gegen Union Berlin, dann gegen den FC Augsburg und Stuttgart, gegen die beiden Mannschaften, gegen die man ja da unten auch am meisten kämpft. Ähm, dann kommt noch Arminia Bielefeld, die, ja, muss man auch erst mal schlagen. Mainz auch nicht so schlecht und ganz am letzten Spieltag sollte da irgendwie noch ein Funken Hoffnung dann bestehen. Äh, dann ist es auch Borussia Dortmund. Also, boah. Ich kann es mir, wie gesagt, einfach nicht vorstellen. Aber wir werden abwarten. Vielleicht ist unsere Stimmung auch in der nächsten Woche schon wieder komplett anders. Ähm, ich glaube, nächste Woche müsst ihr ein bisschen länger auf die Folge warten. Denn, wie gesagt, wir haben einen besonderen Gast. Ihr werdet dann sehen, wer es ist. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich erst am Mittwoch aufnehmen können. Ähm, Mittwoch? Ja, so habe ich das zumindest den internen, selber überrascht worden. internen Chats jetzt, äh, entnehmen können. Ähm, deswegen, also, seid uns nicht böse, wenn nicht Montag direkt was kommt, aber es kommt was, ähm, und dann auch vielleicht, äh, doppelt so interessant. Gut, hat noch, es will sonst noch jemand irgendwas loswerden von euch beiden. Ähm, nö, ich glaube, wir haben uns wirklich, äh, alle komplett ausgefringt verbal. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr viel. Ja. Und, äh, Puma hat ja dann die Ehre der letzten Worte. Richtig. Hast du, hast du einen Song, Puma? Ich hab einen Song dabei. Geil. Okay, kannst du gleich machen, kannst du gleich machen. Ähm, ja, war, war ein bisschen seltsame Folge für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, weil irgendwie, ja, ich gerade auch mit Hertha, das Verhältnis, könnt ihr euch vorstellen, ist relativ schwierig, ähm, und irgendwie, war, war man halt in meinem Kopf diese ganzen Gedanken von, also, okay, was ist eigentlich, wenn man abgestiegen ist und irgendwie, weiß ich nicht, ich muss es so sagen, wie es ist, ich freunde mich mit diesem Gedanken immer mehr an und denke immer wieder in diese Zweitliga-Jahre zurück und denke mal, ey, wie viel Spaß hattest du da eigentlich und, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann mich, kann mir da irgendwie gerade selbst kein klares Bild machen, aber, ich hoffe natürlich, dass es noch irgendwie klappt. Wir werden es sehen, jetzt, ähm, schauen wir mal, was dieser Neuanfang mit Margat bringt und dann, ja, wir werden es sehen, Marc, wir gucken das Spiel einfach zusammen. Wir müssen nur hoffen, dass der Internetempfang da hält, wo wir, wo wir hinfahren. Oh ja. Aber ansonsten, äh, ähm, ja, schauen wir uns das zusammen an. Ich danke dir sehr für deine Teilnahme wieder heute Abend und, gerne, gerne. Ja, danke und, äh, dann darf Puma euch jetzt in den Tag entlassen ähm, und mit den ikonischen Worten hoffentlich enden und seinen Song natürlich noch präsentieren. Also vielen Dank auch dir Puma für die Teilnahme und, äh, ja, vielen Dank, war super. Ja. Ja, ich danke euch und, ähm, wie gesagt, ich bereite mich mental schon ein bisschen auf die zweite Liga vor. Das bedeutet für mich auch, dass ich wieder mehr auswärts fahren werde und wenn wir Berliner auswärts fahren, dann sollte man das auch erkennen und deswegen packe ich den Song, wenn wir kommen, von Bushido auf die Playlist ähm, und ansonsten, genau, ende ich mit den Worten Hertha Till I Die, ne, und auf eine bessere Zukunft. Ha ho he. Ha ho he. Ha ho he. Ha ho he. I don't believe this. I don't have been on need is it. No, 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 Yes, no. I don't believe this.